Wie Clooney mir auf seine ruhige, vernünftige Art deutlich gemacht hat, fallen Ermittlungen in einem Mordfall nicht in mein Ressort. Ich weiß, was für einen Ruf sie haben und verlasse mich darauf, dass wirklich stimmt, was man über sie erzählt. Ich will... Sie brach ab und schluckte ihre Ungeduld herunter. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich eine Kopie Ihres Berichts bekommen würde. Er liegt morgen früh auf Ihrem Tisch. Danke. Sie sah Eve ins Gesicht. Sind Sie tatsächlich so gut, wie alle sagen? Ich achte nicht auf das, was man über mich sagt. Roth lachte leise auf. Falls Sie es noch weiterbringen wollen, fangen Sie am besten umgehend damit an. Damit bot sie Eve die Hand. Eve nahm sie, und sie trennten sich, die eine um von einem Toten zu berichten, die andere um ihn sich noch mal genauer anzusehen. Auf dem Weg zurück hob Eve den Kopf, entdeckte den ersten Hubschrauber mit Journalisten und beruhigte sich, indem sie dieses Problem erst mal weit von sich schob. Tja, Sie haben ihn ganz schön übel zugerichtet, meinte Morse, während er sich seelenruhig einen Kittel überstreifte und gemächlich sealet auf Hände und Schuhe gab. Machen Sie dem Toxikologen ein bisschen Feuer unterm Hintern. Ich wette, dass er bewusstlos war, als er aufgeschlitzt worden ist. Seine Waffe steckt im Halfter und er weist keinerlei Abwehrverletzungen auf. Außerdem riecht er nach Djinn. Man bräuchte eine Menge, Djinn, um einen Mann von seiner Größe derart zu betäuben, dass er sich ohne Gegenwehr den Bauch aufschlitzen lässt. Glauben Sie, dass er getötet wurde, während er hier saß? Das ganze Blut, das sich im Fußraum angesammelt hat, deutet darauf hin. Der Killer hat ihn betrunken gemacht, betäubt oder was auch immer, und sich dann die Zeit genommen, sein Hemd bis unten aufzuknöpfen, ihn von der Brust bis zu den Lenden aufzuschneiden, das Hemd wieder zuzuknöpfen, ihn anzuschnallen und dann sogar noch die Rückenlehne weit genug zurückzukurbeln, dass er seine Eingeweide so lange behält, bis irgendein Glückspilz den Gurt wieder löst. Ich glaube, ich kann mir denken, wer dieser Glückspilz war. Morse sah sie mit einem mitfühlenden Grinsen an. Ja, ich habe das große Los gezogen. Verdammt, sie würde das Gefühl, wie Mills noch warme Eingeweide über ihre Finger glitten, sicher nicht so schnell wieder los. Der Killer hat Mills hierher gefahren, fuhr sie gefasst fort, und sich dann zu Fuß aus dem Staub gemacht. Wir werden garantiert keine Spuren von ihm finden. Sie sah sich auf der Brücke um. Dreist, wirklich dreist. Er muss hier gesessen haben. Vielleicht hat er ihn sogar hier erledigt, obwohl ich glaube, dass er so kühn nicht gewesen ist. Aber er muss hier gesessen und gewartet haben, bis er sicher war, dass ihn niemand beim Verlassen des Wagens sah. Wahrscheinlich hätte er ein anderes Fahrzeug ganz in der Nähe geparkt. Hatte er möglicherweise einen Komplizen, der auf ihn gewartet hat? Vielleicht. Ausschließen kann ich es nicht. Wir werden mit den Kollegen von der Verkehrspolizei sprechen, ob Ihnen heute Abend noch ein anderer Wagen auf der Standspur aufgefallen ist. Er ist bestimmt nicht zu Fuß von dieser gottverdammten Brücke runter. Er hatte einen Plan. Er wusste im Voraus, wie er sich am geschicktesten von hier entfernt. Besorgen Sie mir den toxikologischen Bericht. Peabody stand zusammen mit McNabb am Brückengeländer und sah ihr entgegen. Sie hatte inzwischen wieder etwas Farbe. Doch Eve konnte sich denken, was sie für Bilder sähe, wenn sie nachher im bettliche Diskel lag und ihre Augen schloss. McNabb, wollen Sie immer noch an dem Fall mitarbeiten? Ja, Madam. Dann besorgen Sie zusammen mit Peabody die Disketten aus den Überwachungskameras, auf denen die Fahrzeuge an den Kassenhäuschen aufgenommen sind. Sämtliche Disketten von sämtlichen Häuschen mit den Aufnahmen der letzten 24 Stunden. Wirklich alle? Wir sollten gründlich vorgehen und womöglich haben wir ja Glück. Gehen Sie die Disketten durch und fangen Sie mit denen von hier oben an. Arbeiten Sie sich dabei von heute Abend 19 Uhr an rückwärts vor, bis das Fahrzeug auftaucht. Kein Problem. Peabody machen Sie eine Routineüberprüfung von diesem James Stein, der den Toten gemeldet hat. Ich erwarte nicht, dass Sie etwas finden, aber es ist besser, wir schließen die Möglichkeit, dass er etwas damit zu tun hat, von vornherein aus. Melden Sie sich dann morgen früh um acht bei mir zu Hause zum Bericht. Morgen früh haben Sie noch das Verhör mit Louis, erinnerte Peabody sie. Sie haben ihn für halb sieben auf das Revier bestellt. Um Louis kann ich mich auch alleine kümmern, sie erwartet nämlich eine lange Nacht. Sie auch. Peabody verzog beleidigt das Gesicht. Ich erscheine also wie ursprünglich befohlen, morgen früh auf dem Revier. Himmel, machen Sie doch, was Sie wollen. Eve raufte sich die Haare und dachte kurz nach. Lassen Sie sich von den Beamten, die als erste hier waren, zurück zur Wache fahren. Einer der beiden ist geradezu hibbelig, er braucht unbedingt etwas zu tun. Damit wandte sie sich von den beiden ab und ging zu ihrem Mann. Ich muss dich jetzt verlassen. Ich fahre mit dir aufs Revier und nehme mir von dort ein Taxi. Ich fahre nicht direkt auf das Revier, ich muss vorher noch was erledigen. Ich sage zwei von den Kollegen, dass sie dich nach Hause fahren sollen. Er blickte leicht verächtlich auf die Streifenwagen und erklärte, ich suche mir lieber selbst eine Fahrgelegenheit. Trotzdem, vielen Dank. Warum, überlegte sie, brach heute Abend jeder einen Streit mit ihr vom Zaun? Ich lasse dich bestimmt nicht auf dieser verdammten Brücke zurück. Ich finde schon nach Hause, Lieutenant. Wo willst du überhaupt hin? Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich meinen Bericht verfassen kann. Seine Stimme hatte entsetzlich kühl geklungen und sein Blick war äußerst distanziert. Wie lange willst du noch sauer auf mich sein? Das kann ich noch nicht sagen, aber wenn ich es weiß, gebe ich dir Bescheid. Du gibst mir das Gefühl, eine wirklich blöde Kuh zu sein. Liebling, dazu hast du dich ohne mein Zutun ganz allein gemacht. Zorn und Schuldgefühle forchten in ihrem Innern einen knappen Kampf. Sie sah ihn entnervt an, packte ihn mit einem, ach verdammt, was soll's, am Aufschlag seiner Jacke, zog ihn zu sich heran und küsste ihn mitten auf den Mund. Wir sehen uns dann später, murmelte sie und stapfte davon. Worauf du dich verlassen kannst, antwortete er, ohne dass sie es noch hörte, und sah ihr reglos hinterher. Wie es schien, riss ein besonders schweres Gewitter Don Webster aus seinem totenähnlichen Schlaf. Er sah sich mit noch halb geschlossenen Augen um, kam zu dem Ergebnis, dass zwar kein Gewitter tobte, dafür aber irgendein Verrückter einen mächtigen Vorschlaghammer gegen eine Wand seiner Wohnung krachen ließ. Noch während er nach seiner Waffe griff, wurde ihm jedoch bewusst, dass schlicht und einfach irgendjemand mit der Faust gegen die Tür seines Apartments donnerte. Er stieg in seine Jeans, nahm erneut die Waffe in die Hand, tappte in den Flur und blickte argwöhnisch durch den Spion. Ein Dutzend Gedanken schross ihn gleichzeitig durch den Kopf und rief eine Mischung aus Freude, angenehmen Fantasien und Unbehagen in ihm wach. Dann öffnete er Eve die Tür. Bist du zufällig hier in der Gegend? Du Hurensohn! Sie schubste ihn zurück und warf die Tür mit einem Knall hinter sich ins Schloss. Ich will antworten und ich will sie jetzt! Du hast noch nie besonders viel fürs Vorspiel übrig gehabt. Sobald der Satz heraus war, tat er ihm auch schon leid. Doch verbarg er seine Reue hinter einem Kessen grinsen und fragte möglichst lässig. Darf ich eventuell fragen, worum genau es geht? Um einen zweiten Polizisten, der auf brutale Art und Weise umgebracht worden ist. Sein Grinsen verflog und er fragte mit heiserer Stimme. Wer und wie? Das kannst du mir doch sagen! Sie duellierten einander ein paar Sekunden mit scharfen Blicken. Ich habe keine Ahnung. Was weißt du? Was hat die Dienstaufsicht mit der Sache zu tun? Ich bin mir nämlich völlig sicher, dass sie in den Fall verwickelt ist. Das sehe ich dir an. Hör zu! Du kommst einfach himmel nach ein Uhr nachts bei mir hereingeplatzt, gehst mir an die Gurgel und erzählst mir, dass ein Polizist ermordet worden ist. Du sagst mir nicht mal wer oder wie es passiert ist, aber trotzdem gehst du davon aus, dass ich dir jede Menge verdammter Informationen zu der Sache geben kann. Miltz! schnauzte sie ihn an. Detective Alan Miltz, vom Rauschgiftdezernat desselben Reviers, auf dem auch Kuli war. Du willst wissen, wie? Jemand hat ihn von oben bis unten aufgeschlitzt. Das weiß ich, weil mir seine Gedärme über die Hände geflossen sind. Himmel, meine Güte. Er fuhr sich mit beiden Händen durchs Gesicht. Jetzt brauche ich erst mal was zu trinken. Damit wandte er sich ab. Sie stürmte ihm hinterher. Sie konnte sich noch undeutlich an die Wohnung erinnern, die er gehabt hatte, als er noch ein Kollege von ihr gewesen war. Diese Wohnung war viel größer und viel eleganter als die alte Bude, dachte sie. Bei der Dienstaufsicht wurde man anscheinend gut bezahlt. In der Küche angekommen, nahm er aus dem Kühlschrank zwei Flaschen Bier heraus, stellte jedoch, als sie ihn auf seine Frage, willst du auch eins, lediglich wortlos fixierte, eine wieder zurück. Nein, ich schätze nicht. Er öffnete die Flasche, hob sie an seinen Mund und trank einen großen Schluck. Wo ist das passiert? Ich bin nicht gekommen, weil ich dir irgendwelche Fragen beantworten will. Ich bin kein gottverdammter Spitzel, den du nach Belieben ausquetschen kannst. Und ich bin keiner von deinen Informanten, antwortete er und lehnte sich gegen die geschlossene Kühlschranktür. Er musste Ordnung in seine Gedanken und seine Gefühle unter Kontrolle bringen, denn wenn ihm das nicht gelänge, brächte sie womöglich etwas aus ihm heraus. Du bist zu mir gekommen und hast mich vor allzu gründlichen Nachforschungen gewarnt, erinnerte sie ihn. Entweder hast du da mit dem Trüben gefischt, hast einen Köder ausgelegt oder einfach den Laufburschen für die Dienstaufsicht gespielt. Seine Mine wurde verschlossen und er hob erneut die Flasche an den Mund, bevor er erklärte, falls du ein Problem mit mir hast, geh damit doch einfach zur Dienstaufsicht und schau, wie weit du mit einer Beschwerde kommst. Ich löse meine Probleme für gewöhnlich allein. Für eine Verbindung gibt es zwischen Coli, Mills und Ricker. Wenn du dich mit Ricker anlegst, rührst du in einem Hornissennest und wirst bestimmt gestochen. Ich hab mich bereits mit diesem Typen angelegt. Das hast du nicht gewusst, nicht wahr? Meinte sie, als sie etwas in seinen Augen aufflackern sah. Diese Information ist noch nicht bis zu dir vorgedrungen. Ich habe vier von seinen Männern hinter Gitter gesteckt. Dort werden sie gewiss nicht lange bleiben. Vielleicht nicht, aber möglicherweise kriege ich aus einem dieser Kerle mehr raus als aus dir. Du warst selber mal Polizist. Verdammt, Dallas, das bin ich immer noch. Dann benimm dich auch wie einer. Denkst du, nur weil ich nicht regelmäßig irgendwelche aufsehenerregenden Fälle zum Abschluss bringe und deshalb nicht ständig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehe, ist mir mein Job egal? Er knallte wütend die Flasche auf den Tisch. Ich tue, was ich tue, gerade weil mir mein Job sehr viel bedeutet. Wenn jeder Polizist so ehrlich wäre wie du, bräuchten wir unsere Abteilung nicht. Waren sie korrupt, Webster? Mills und Culli? Waren die beiden korrupt? Seine Mine wurde wieder verschlossen. Das kann ich dir nicht sagen. Weil du es nicht weißt oder weil du nicht darüber sprechen darfst? Er sah ihr in die Augen und während dem Bruchteil einer Sekunde nahm sie in seinem Blick ehrliches Bedauern war. Auch das kann ich dir nicht sagen. Gibt oder gab es Ermittlungen der Dienstaufsicht gegen Culli, Mills und oder andere Beamte des 128. Reviers? Wenn dem so wäre, erklärte er vorsichtig, dann wäre das geheim. Ich wäre nicht befugt, diese Frage zu bejahen oder zu Nein oder irgendwelche Einzelheiten zu verraten. Das ist dir doch wohl klar. Woher hatte Culli das Geld, das in den letzten Monaten von ihm auf ein Investmentkonto eingezahlt worden ist? Webster presste die Lippen aufeinander. Sie ließ einfach nicht locker, dachte er erbost. Ich habe dazu nichts zu sagen. Werde ich ähnliche Gelder unter Millsnamen entdecken? Kein Kommentar. Du solltest in die verdammte Politik gehen, Webster. Sie machte kehrt. Eve. Nie zuvor hat er ihren Vornamen benutzt, zumindest nicht laut. Pass auf dich auf, war er leise. Pass bitte auf dich auf. Ohne auf die Warnung zu reagieren, lief sie schnurstracks weiter und warf, nachdem sie in den Flur hinausgetreten war, hörbar die Tür hinter sich zu. Ein Moment lang blieb er wie angewurzelt stehen, fochte einen kurzen inneren Kampf aus, trat dann aber vor sein Link und führte ein erstes Gespräch. Dann fuhr sie zu Fini. Zum zweiten Mal in dieser Nacht riss sie ein Menschen aus dem Schlaf. Mit verquollenen Augen und noch faltiger als sonst kam er in einem zerschlissenen, blauen Morgenmantel, aus dem seine bleichen Storchenbeine ragten, an die Tür. »Himmel, Dallas, es ist zwei Uhr morgens.« »Ich weiß, entschuldige.« »Tja, komm rein, aber sprich leise, damit meine Frau nicht wach wird und meint, sie müsste rüberkommen und ihr einen Kaffee kochen oder so.« Die Wohnung kam weder größenmäßig noch bezüglich ihrer Eleganz, nur annähernd an die von Webster heran. Mit den heruntergezogenen Sichtblenden wirkte das kleine Wohnzimmer, in dem direkt vor dem Fernseher ein großer, hässlicher, wahrscheinlich jedoch ungemein bequemer Sessel stand, wie ein aufgeräumter, viel benutzter Schuhkarton. Sofort fühlte sie sich heimisch. Er ging hinüber in die Küche, einen winzigen Raum, an dessen einer Wand ein abgenutzter Tresen stand. Sie wusste, er hatte ihn selbst gebaut, denn das hatte er ihr oft voller Stolz erzählt. Schweigend schwang sie sich auf einen Hocker und wartete, bis Fini mit zwei großen Bechern Kaffee aus dem Autoschef zu ihr herüberkam. »Ich hätte angenommen, dass du dich schon früher bei mir meldest.« »Tut mir leid, ich bin nicht eher dazu gekommen. Ich hatte alle Hände voll zu tun.« »Ja, ich hab davon gehört. Du hast dich mit Ricker angelegt. Ziemlich großer Fisch, den ich aus dem Wasser gezogen haben werde, wenn ich mit ihm fertig bin.« »Sieh nur zu, dass du dich nicht an diesen Typen überhebst.« Er stellte die Becher auf den Tresen, schwang sich ebenfalls auf einen Hocker und musterte sie. »Mills ist korrupt.« »Mills ist tot.« »Tja, verdammt.« Nachdenklich schnippte Fini an dem dampfend heißen Gebräu. »Er ist als reicher Mann gestorben. Bisher haben wir zweieinhalb Millionen auf verschiedenen Konten entdeckt. Und eventuell gibt es noch mehr. Er hatte die Konten wirklich gut versteckt. Die meisten hatte er im Namen irgendwelcher toten Verwandten angelegt.« »Konntet ihr zurückverfolgen, woher das Geld gekommen ist?« »Damit hatten wir bisher leider noch kein Glück. Genauso wenig wie bei Coli. Das Geld wurde so gründlich gewaschen, dass es mittlerweile wahrscheinlich keimfrei ist. Aber ich kann dir sagen, dass Mills ungefähr zwei Wochen vor dem Sturm auf Rickers Lagerhaus mit dem Sparen angefangen hat. Vorher kamen auch öfter mal irgendwelche kleinen Summen, aber zu dem Zeitpunkt fingen die großen Zahlungen an.« Er fuhr sich mit der Hand über das leicht stoppelige Kinn. »Bei Coli hat es später angefangen. Monate, nachdem das Verfahren gegen Ricker eingestellt worden war. Gegen Martinez liegt bisher noch nichts vor. Sie ist entweder sauber oder hat es schlauer angestellt. Auch Ross habe ich mir ein bisschen genauer angesehen. Und? Im letzten halben Jahr hat sie ein paar Mal ziemlich große Summen von ihren Konten abgehoben. Es hat den Anschein, als ob sie inzwischen so gut wie pleite ist. »Gibt es irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Abhebungen und den Einzahlungen von Coli oder Mills?« »Das kann ich noch nicht sagen.« Er atmete hörbar aus. »Ich will probieren, ob ich mich in ihre Linkaufzeichnung der letzten Monate einklinken kann. Das wird allerdings ein bisschen dauern, denn schließlich muss ich dabei vorsichtig zur Werke gehen.« »Okay. Danke.« »Hm. Wie ist Mills gestorben?« Sie trank ihren Kaffee und erzählte ihm, wie Mills von ihr vorgefunden worden war. Es fühlte sie nach wie vor auf, doch fühlte sie sich etwas besser, als sie mit dem Bericht am Ende war. »Er war ein Arschloch«, stellte Fini fest. »Aber das ist trotzdem eine hässliche Geschichte. Es war ganz sicher jemand, den er kannte. Du kommst unmöglich derart nahe an einen Polizisten heran, dass du ihn ohne jede Gegenwehr einfach aufschlitzen kannst, wenn er sich in deiner Gegenwart nicht vollkommen entspannt und sicher fühlt.« Er hatte was getrunken. Ich schaue dabei, mit jemandem zusammen war, wie zuvor bei Coli. Vielleicht hat er jemanden in seinem Wagen mitgenommen, der ihm was zu trinken angeboten hat. Er nimmt ein paar Schlucke, wird davon betäubt und anschließend kaltblütig umgebracht. »Ja, wahrscheinlich hast du recht. Gut, dass du McNabb die Disketten durchsehen lässt. Er wird ganz sicher etwas finden, falls es was zu finden gibt.« »Ich habe ihn und Peabody morgen früh um acht zu mir nach Hause bestellt. Wie sieht's aus? Bist du mit von der Partie?« Er sah sie mit seinem traurigen Hundelächeln an. »Ich dachte, das wäre ich bereits.« Es war beinahe vier, und ein leichter Frühlingsregen hatte eingesetzt, bis sie nach Hause kam. Ohne Licht zu machen, wusch sie sich unter der Dusche den Schmutz der nächtlichen Stunden ab und lehnte ermattet ihren Kopf gegen die Fliesen, bis der Geruch von Blut und Eingeweiden vollständig verflogen war. Dann stellte sie den Wecker ihrer Armbanduhr auf fünf. Sie würde sich noch mal mit Louis unterhalten, und deshalb müsste sie in etwas mehr als einer Stunde bereits zurück auf das Revier. Doch während dieser einen Stunde würde sie tief und traumlos schlafen, versprach sie sich. Dankbar für die Wärme, die Rorks Leib verströmte, schlüpfte sie zu ihm ins Bett. Er war sicher wach, selbst wenn er vor ihrer Rückkehr tief und fest geschlafen hatte. Er schlief leicht wie eine Katze und hatte ihre Nähe deshalb bestimmt längst gespürt. Doch er wandte sich ihr nicht wie sonst automatisch zu, streckte keine Hand nach ihrem Körper aus und murmelte auch nicht ihren Namen, damit sie leichter Ruhe fand. Sie zwang sich nicht darüber nachzudenken, schlief nach wenigen Minuten ein, und als sie eine Stunde später die Augen wieder aufschlug, war sie allein. Sie saß bereits in ihrem Wagen und wollte gerade losfahren, als plötzlich Peabody hinter ihr aus dem Haus gespurtet kam. »Mein Haar hätte ich sie verpasst!« »Mich verpasst? Was machen sie überhaupt hier?« »Ich habe hier übernachtet, zusammen mit McNabb.« In einem Schlafzimmer, von dem sie noch bis an ihr Lebensende träumen würde, ging es ihr durch den Kopf. »Wir haben die Disketten hierher gebracht. Rork meinte, das wäre einfacher, als erst zu McNabb zurückzufahren und dann heute Morgen pünktlich hier zu sein.« »Das hat Rork gesagt?« »Tja, nun...« Sie schwang sich auf den Beifahrersitz und gurtete sich an. »Er hat uns begleitet, als wir die Disketten eingesammelt haben, und dann hat er einen von seinen Wagen kommen lassen, uns mit hierher genommen, und wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht.« »Wer hat sich an die Arbeit gemacht?« Inzwischen war Peabody wach genug, um zu hören, wie gereizt die Stimme ihrer Vorgesetzten klang. Wäre ihr das nicht als allzu würdelos erschienen, hätte sie sich am liebsten unsichtbar gemacht. »Nun, ich und McNabb. Und Rork. Er hat uns auch vorher ab und zu computertechnisch beraten, also habe ich mir nichts dabei gedacht. Kriegen wir deswegen jetzt Probleme? Nein, was würde das schon nützen?« Yves resignierte Stimme gefiel Peabody noch weniger als ihr zuvor ungehaltener Ton. »Gegen drei haben wir vorläufig Schluss gemacht,« erklärte sie, während Yves den Wagen aus der Einfahrt auf die Straße lenkte, in bewusst gut gelauntem Ton. »Ich habe vorher noch nie in einem Gelbett geschlafen. Es ist, als ob man auf einer Wolke liegt, durch die man allerdings nicht durchfällt. McNabb hat grässlich geschnarcht, aber trotzdem habe ich wunderbar geschlafen. Sind Sie sauer auf Rork?« platzte es aus ihr heraus. »Nein.« »Aber er ist immer noch sauer auf mich.« »Haben Sie Mills Wagen auf den Disketten entdeckt?« »Oh Mann, ich kann kaum glauben, dass ich Ihnen das nicht sofort berichtet habe.« »Ja, wir haben ihn gefunden. Ist um 20 Uhr 18 an dem elektronischen Kassenhäuschen vorgefahren. Man hätte schwören können, dass er geschlafen hat, bis man auf der Vergrößerung das Blut gesehen hat.« »Und der Fahrer?« »Das ist ein Problem. Es hat keinen Fahrer gegeben. McNabb meinte, man müsste sich den Fahrzeugcomputer ansehen, aber es sieht aus, als hätte irgendjemand den Wagen auf Autopiloten gestellt.« Dann hat der Kerl den Wagen programmiert. An diese Möglichkeit hatte sie bisher noch nicht gedacht. Wirklich schlau, gleichzeitig aber ungeheuer dreist. Er hatte Mills also irgendwo umgebracht und anschließend den Wagen programmiert. Und wenn das Fahrzeug irgendwo in einen Stau oder sonst etwas geraten wäre, ohne dass jemand, der hätte eingreifen können, hinter dem Steuer saß, hätte ihn das nicht im Geringsten interessiert.« »Ja, darauf läuft es offenbar hinaus. McNabb hat das Ding den Todesmeteor genannt. Sie wissen schon, weil der Wagen ein Meteor gewesen ist,« meinte Peabody ein wenig lahm. »Ich schätze, wenn es derart spät wird, fängt man irgendwann mit blöden Witzen an.« »Man braucht ein Code, um einen Polizeiwagen zu programmieren. Man braucht den Code und man braucht eine Zugangsgenehmigung. Die Dinger sind derart gut gesichert, dass selbst ein Autoknacker, der gleichzeitig ein Elektronik-Schrieg ist, keine Chance hat.« »Ja, das hat Rock auch schon gesagt,« erklärte Peabody und riss den Mund zu einem Gähnen auf. »Aber wenn man weiß, wie man es machen muss, kriegt man es wahrscheinlich trotzdem hin.« »Rock wusste ganz bestimmt, wie man es machen musste,« dachte Eve erbost. »Wenn an dem Ding herumgebastelt worden ist, finden wir das heraus.« Sie schnappte sich ihr Link, rief Feene an und bat ihn, sich das Fahrzeug persönlich anzusehen. »Wenn die Überprüfung nichts ergibt,« erklärte sie ihre Assistentin, während sie in die Garage unter der Wache bog, »dann hatte der Täter den Code und eine Zugangsgenehmigung.« »Das ist vollkommen unmöglich, Dallas, denn das hieße ja, dass er einer von uns ist, ja.« Peabody starrte sie atemlos an. »Sie glauben doch wohl nicht allen Ernstes? Hören Sie, Ermittlungen in einem Mordfall fangen nicht erst bei der Leiche an. Sie beginnen mit einer Liste aller möglichen Täter, die man einen nach dem anderen streichen muss. Um einen Fall zum Abschluss bringen zu können, nimmt man diese Liste, die Beweise, die Geschichte, die sie einem erzählen, den Tatort, das Opfer und den Mörder, und setzt das alles so lange ständig neu zusammen, bis es irgendwann passt. Halten Sie die Sache bloß für sich,« fügte sie warnend hinzu. »Sagen Sie zu niemandem ein Wort. Aber wenn wir das Puzzle zusammensetzen und es zeigt einen Kollegen, gehen wir mit aller Entschiedenheit gegen ihn vor.« »Ja, okay. Diese Geschichte macht mich krank.« »Ich weiß.« Yves stieg aus und wandte sich zum Gehen. Und jetzt rufen sie unten an und sagen, dass man Louis in den Verhörraum bringen soll. Sie versorgte sich mit Kaffee und riskierte ihr Leben, indem sie an einem der Verkaufsautomaten ein angebliches Kirschtörtchen, das die Konsistenz von mit Klebstoff überzogenem Sägemehl besaß, erstand. Mit dem Törtchen und einem großen Becher ihres, oder besser Rocks, eigenen Kaffees, dessen Duft selbst einen ausgewachsenen Mann bettelnd in die Knie gehen ließ, betrat sie lächelnd den Verhörraum, neben dessen Tür Piber die grimmig Position bezogen hatte, stellte den Rekorder auf den Tisch und gab die Namen der Anwesenden, das Datum und den Grund für die Vernehmung an. »Morgen, Louis. Schöner Tag heute, nicht wahr?« »Mir hat man erzählt, es würde regnen.« »Hey, wissen Sie denn nicht, dass der Regen gut für die Blumen ist? Also, wir haben Sie geschlafen.« »Gut.« Immer noch lächelnd hob sie ihren Becher an den Mund. Die dicken, schwarzen Ringe unter seinen Augen zeigten, dass er offensichtlich ebenso wenig Schlaf bekommen hatte wie sie selbst. »Gut. Wie wir bei unserer letzten Unterhaltung bereits besprochen haben, ohne meinen Anwalt brauche ich hier nicht mal Piep zu sagen.« »Habe ich Sie etwa darum gebeten?« »Piberdy, spulen Sie zurück und gucken, ob ich Louis irgendwann darum gebeten habe, Piep oder sonst etwas in der Richtung zu sagen. Mit diesem Scheiß kommen Sie bei mir nicht weiter. Ich habe nichts zu sagen. Ich halte den Mund. Das ist mein gutes Recht.« »Nutzen Sie Ihre Rechte, Louis, solange Sie noch können. In der Strafkolonie Omega ist es nämlich absolut egal, was für Rechte Sie möglicherweise haben oder nicht. Und dorthin werde ich Sie schicken. Ich werde es mir zur Lebensaufgabe machen, dafür zu sorgen, dass man Sie dort in einer der allerkleinsten Zellen langsam verrotten lässt. Also halten Sie, wenn Sie das für richtig halten, ruhig weiterhin den Mund. Dann rede eben ich. Sie sitzen hier wegen der Verschwörung zur Entführung einer Polizistin.« »Das können Sie nicht beweisen. Wir haben Sie schließlich nicht angerührt.« Vier bewaffnete Männer haben mich arme, zarte Frau in zwei Fahrzeugen mit deutlich überhöhtem Tempo bis über die Grenze eines Bundesstaats hinweg verfolgt. Ihr hättet diese Grenze niemals überqueren sollen, Kumpel. Ich kann dafür sorgen, dass die Sache vors Bundesgericht kommt. Und ich bin mir sicher, dass auch das FBI durchaus einiges Interesse an euch hat. Bei deinem Vorstrafenregister reichen bereits die versteckten Waffen, damit ich dich in den nächsten Flieger nach Omega setzen lassen kann. Dazu kommen dann noch die illegalen Drogen. Ich nehme keine Drogen. Sie waren in dem Fahrzeug, in dem du hinter dem Steuer gesessen hast, was ebenfalls ein grober Fehler war. Weißt du, wenn du nur der Beifahrer gewesen wärst, hättest du eine größere Chance, dich aus der Affäre zu ziehen. Aber als Fahrer eines Wagens, in dem Waffen und verbotene Drogen versteckt gewesen sind, bist du für mich natürlich der perfekte Sündenbock. Rika wird dir nicht einmal zum Abschied winken, wenn du erst in dem Gefangenentransport Platz genommen hast. Ich habe nichts zu sagen. Ja, das habe ich bereits gehört. Trotzdem fing er an zu schwitzen. Ich wette, dieser Anwalt hat dir irgendwelche Versprechungen gemacht. Ich wette, ich kann dir sagen, welche. Er hat bestimmt erklärt, dass du zwar einige Zeit hinter Gittern bleiben wirst, dass du dafür aber eine Entschädigung bekommst, dass er sich bei den Politikern, die Rika in der Tasche hat, dafür einsetzen wird, dass du fünf, allerhöchstens sieben Jahre in einem netten, gemütlichen Knast hier unten bei uns abzusitzen hast, dafür aber als reicher Mann in die Freiheit entlassen werden wirst. Ich wette, das kommt dem, was er gesagt hat, zumindest ziemlich nahe. Louis' panischer Blick machte ihr deutlich, dass sie Conards Worten mehr als nur ziemlich nahe gekommen war. Natürlich ist er ein verlogenes Stück Scheiße. Und ich glaube, du bist schlau genug, um bereits von selbst darauf gekommen zu sein. Wenn du erst mal im Kahn sitzt, bleibst du eine ganze Weile dort. Und wenn du mit dem Arrangement nicht mehr zufrieden bist und dich dagegen auflehnst, bekommt einer deiner aufrechten Kollegen eine Nachricht von außen geschickt, dass er deinen Kartoffelbrei mit irgendeinem Gift versetzen, dir während des täglichen einstündigen Hofgangs in die Nieren boxen oder dich in der Dusche, wenn du dich nach deiner Seife bückst, ausrutschen lassen soll. Ehe du nur bemerkst, wie dir geschieht, bist du bereits ein toter Mann. Wenn ich mit ihnen rede, bin ich ein toter Mann, bevor ich nur im Gefängnis lande. Das war es, dachte sie und beugte sich nach vorn. Sie hatte einen ersten Durchbruch bei dem Kerl erzählt. Es gibt ein Zeugenschutzprogramm. Vergessen Sie es. Er findet jeden, den er finden will. Er kann nicht zaubern, Louis. Ich biete Ihnen ein faires Geschäft an, Louis. Sie geben mir, was ich brauche, und ich verschaffe Ihnen dafür Immunität, Freiheit und ein neues Leben, wo Sie wollen. Entweder hier unten auf der Erde oder auf einem anderen Planeten. Suchen Sie es sich aus. Weshalb sollte ich Ihnen trauen? Weil ich keinen Grund habe, Sie tot sehen zu wollen. Das ist ziemlich viel, finden Sie nicht auch? Louis befeuchtete sich nervös die Lippen. Ich habe den Eindruck, dass Ricker emotional nicht sonderlich gefestigt ist. Kommt er Ihnen emotional gefestigt vor? Sie legte eine kurze Pause ein. Ricker wird sich einreden, ihr hättet die Sache verbockt. Dabei wird es schnurzegal sein, dass ihr von ihm selbst auf mich angesetzt worden seid, dass er selbst so dumm gewesen ist. Er wird euch zum Vorwurf machen, dass ihr mich nicht nur nicht erwischt, sondern euch sogar noch von mir festnehmen lassen habt. Das weißt du genauso gut wie ich. Du weißt, dass er euch die Schuld an allem geben wird und dass er nicht ganz zurechnungsfähig ist. Er hatte sich die ganze Nacht in seiner dunklen Zelle auf der schmalen Pritsche hin und her gerollt, darüber nachgedacht und war zu demselben Schluss gekommen wie die Frau, die ihm jetzt in dem nüchternen Verhörraum gegenüber saß. Der kalte Blick, mit dem Canard ihn angesehen hatte, hatte ihm keineswegs gefallen und vor allem war Max Ricker nicht gerade für seine Nachsicht gegenüber vermeintlichen Fehlern seiner Angestellten berühmt. Wenn ich was sage, lande ich im Gegenzug gar nicht erst im Knast. Das werden wir versuchen zu erreichen. Versuchen? Vergessen Sie's. Ich verlange vollkommene Immunität. Ich sag keinen Ton, solange mir der Staatsanwalt das nicht schriftlich gegeben hat. Immunität, Dallas. Neun Namen, neues Gesicht und 150.000 Dollar Startgeld. Vielleicht hätten Sie gern auch noch eine hübsche Frau und ein paar niedliche Kinder, wenn Sie schon mal dabei sind. Haha, wirklich witzig. Inzwischen fühlte er sich deutlich besser als während der Nacht. Bringen Sie mich zum Staatsanwalt. Sobald alles unter Dach und Fach ist, fange ich mit Reden an. Ich rufe sofort bei ihm an. Sie stand auf. Vielleicht müssen Sie trotzdem gleich noch zu Ihrem Haftprüfungstermin. Bleiben Sie ganz cool und berufen Sie sich weiter, auf Ihr Recht zu schweigen. Wenn Canard Wind von der Sache bekommt, wird er damit sofort zu Ricker gehen. Ich weiß, wie solche Dinge laufen. Wie gesagt, ich warte auf den Deal mit der Staatsanwaltschaft. Sie hatten Recht damit, dass Louis in die Knie gehen würde, stellte Peabody, als sie gemeinsam den Flur hinunterging, mit zufriedener Stimme fest. Ja. Yves hatte bereits die Nummer der Staatsanwaltschaft gewählt und legte, als eine Computerstimme ihr erklärte, sie riefe außerhalb der Sprechzeiten an, schnaubend wieder auf. Sieht aus, als lägen diese Typen alle noch im Bett. Während ich weiter versuche, die Sache in Gang zu bringen, fahren wir am besten zurück zu mir nach Hause, damit ich mir die Diskette mit Milzwagen selbst ansehen kann. Im Anschluss klären wir die anderen über den geplanten Deal mit Louis auf. Die anderen? Feeney ist inzwischen mit von der Partie. Sie hatte erwartet, Rock zusammen mit McNabb vor ihrem Computer anzutreffen, wo er seine magischen Finger über die Tasten ihres Keyboards gleiten ließ. Zu ihrer Überraschung, Verärgerung und gleichzeitigen Enttäuschung jedoch, war McNabb zur Abwechslung mal allein. Über der Verbindungstür zwischen beiden Arbeitszimmern blinkte das rote Licht. Oh nein, sie würde ganz bestimmt nicht klopfen, dachte sie erbost. Mehr als das, was ich bisher herausgefiltert habe, ist effektiv nicht zu sehen, erklärte ihr McNabb. Ich habe das Bild bereinigt und alles, was man sieht, ist ein toter Mann, der in einem Wagen sitzt. Sie nahm den Ausdruck in die Hand und studierte Milz. Gehen Sie die Disketten durch, die zwischen diesem Bild und der Sperrung der Brücke aufgenommen worden sind, und vergrößern Sie jeden einzelnen PKW, Lieferwagen, jedes Motorrad und jedes verdammte Jetbike, das an einem der Kassenhäuser vorbeigekommen ist. Sie wollen tatsächlich jedes einzelne Fahrzeug, das zwischen kurz nach sieben und kurz nach neun in östlicher Richtung über die George-Washington-Brücke gefahren ist? Sie bedachte ihn mit einem kühlen Blick. So lautet der Befehl, Detective. Haben Sie damit irgendein Problem? Nein, nein, Madam. Trotzdem stieß er einen abgrundtiefen Seufzer aus. Eve trat vor ihr Link, kontaktierte Dr. Myras Praxis, bat die Profilerin um einen Termin für den folgenden Tag und rief nach kurzem Zögern auch noch den Commander an. Sir, ich habe Captain Feeney und Detective McNabb von der Abteilung für elektronische Ermittlungen gebeten, mir bezüglich der computertechnischen Aspekte meiner augenblicklichen Ermittlungen behilflich zu sein. Sie sind befugt, sich jede Hilfe zu besorgen, die ihrer Meinung nach angemessen oder nötig ist. Das entspricht den Vorschriften und sie können selbst entscheiden, welche der Kollegen die angemessene Verstärkung für ihre Mannschaft sind. Was gibt es bisher für Erkenntnisse im Mordfall Mills? Darüber würde ich Ihnen gerne persönlich berichten, sobald es etwas konkretere Informationen gibt. Bis wir diese Informationen haben, möchte ich darum bitten, dass man Detective Martinez vom 128. Revier unter Bewachung stellt. Sind Sie der Ansicht, dass Detective Martinez mit den beiden Morden in Verbindung steht? Bisher gibt es keinerlei Hinweise darauf, aber ich habe die Befürchtung, dass sie unter Umständen eine weitere Zielperson des Täters ist. Ich habe die Absicht, sie noch einmal eingehend zu verhören und ich möchte verhindern, dass hier etwas passiert. Also gut, Lieutenant, ich werde dafür sorgen, dass man sie rund um die Uhr bewacht. Kommander, wissen Sie etwas von möglichen Ermittlungen der Dienstaufsicht gegen Culli, Mills und oder Martinez? Er kniff die Augen zu zwei Schmerzen zusammen und erklärte reglos. Nein, davon weiß ich nichts. Wissen Sie, dass es derartige Ermittlung gibt? Ich weiß es nicht sicher, aber ich schließe die Möglichkeit nicht aus. Aha. Bis Mittag erwarte ich Ihren ausführlichen Bericht. Die Medien haben von der Sache Wind bekommen und lassen nicht mehr locker. Zwei tote Polizisten innerhalb so kurzer Zeit sind offenkundig mehr als eine kurze Meldung wert. Ja, Sir, meinte sie und rief deshalb als nächstes bei einer Journalistin an. Nadine First vom Channel 75 war tatsächlich noch zu Hause und erklärte fröhlich, Dallas, toll, dass Sie sich gerade heute Morgen bei mir melden. Sie haben offenbar mal wieder einen äußerst interessanten Fall. Also, wer bringt plötzlich reihenweise Polizisten um? Kommen Sie in mein Büro. Eve sah auf ihre Uhr. Punkt 10.30 Uhr. Sie würde noch kurz mit Fini sprechen, führe dann aufs Revier und sähe anschließend bei Louis' Haftprüfungstermin herein. Das, was ich zu sagen habe, kriegen Sie vor der offiziellen Pressekonferenz in einem Exklusivinterview von mir. Und wen muss ich dafür um die Ecke bringen? So weit gehen wir lieber nicht. Ich möchte, dass Sie eine Story bringen. Es muss aussehen, als hätte eine ungenannte Quelle bei der Polizei Sie informiert. Wie sieht's aus? Kann man Ihnen leicht Angst machen, Nadine? Hey, ich bin mal mit einem Zahnarzt gegangen. Seither macht mir nichts mehr so leicht Angst. Gut, aber trotzdem seien Sie besser auf der Hut. Bei der Geschichte geht es nämlich unter anderem um Max Ricker. Meine Güte, Dallas, lassen Sie uns heiraten. Was haben Sie gegen diesen Typen in der Hand? Ist das, was Sie haben, bereits offiziell bestätigt? Für eine Story über Ricker werde ich bestimmt mit einem Emmy oder, nein, nein, mit einem Pulitzer belohnt. Immer mit der Ruhe. Wie gesagt, Nadine, zehn Uhr dreißig in meinem Büro. Und falls ich vorher irgendetwas von der Sache höre, können Sie das Interview mit mir vergessen und ich kriege Sie obendrein am Arsch. An meinem hübschen Hintern, verbesserte Nadine. Aber keine Sorge, ich werde schweigen wie ein Grab. Daraufhin brach Eve die Übertragung ab, grübelte kurz über ihr weiteres Vorgehen nach und fragte, als sie merkte, dass McNabb und ihre Assistentin sie sprachlos beobachteten, gibt es vielleicht irgendein Problem? Nein, Sir, wir sind beide bei der Arbeit. Ich habe bereits die ersten zehn Minuten der Aufnahme durch. Vereilen Sie sich ein bisschen mehr. Wenn ich vielleicht vorher um ein kleines Frühstück bitten durfte. Sie sind seit über acht Stunden im Haus, weshalb die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es hier nichts mehr zu essen gibt. Sie blickte erneut zu der Verbindungstür, war ernsthaft in Versuchung, doch bei ihm zu klopfen, und nur durch Finis plötzliches Erscheinen blieb ihr die Entscheidung erspart. Er legte ein paar Disketten auf den Tisch, warf sich auf einen Stuhl, streckte seine Beine aus und meinte, die Ergebnisse der Diagnose und der Analyse des Computers von Mills' Wagen. Ich habe mir das Ding von allen Seiten und von innen und von außen angesehen. Ich schwöre dir, die Kiste wurde ganz eindeutig nicht manipuliert. Wurde Mills eigener Code benutzt? Nein, wenn dem so gewesen wäre, hätte ihm der Mörder diesen Code entlocken müssen. Fini zog die Tüte voller Nüsse, die er immer bei sich hatte, aus der Tasche und schob sich traurig eine gezuckerte Mandel in den Mund. Es war ein Notfall-Code, ein alter, der aber bei diesem Gerät noch funktioniert. Es ist einer der Codes, den die Instandhaltung benutzt, wenn sie fahruntüchtige Kisten transportieren oder überprüfen muss. Seit ein paar Jahren haben sie ein neues Code-System, aber die alten Wagen springen nach wie vor auf die alte Nummernfolge an. Nur hat unser Mann zusätzlich noch eine Schippkarte gebraucht. Mills' Karte steckte noch in seiner Tasche? Ja, Fini nickte. Ja, das hattest du mir schon erzählt. Tja, auf alle Fälle ist der Killer wie nach Lehrbuch vorgegangen. Alles ganz korrekt und Schritt für Schritt. Finis Erklärung passte und seine unglückliche Miene machte deutlich, dass er dieselben Gedanken und Befürchtungen hegte wie Eve. Okay, also sind wir offensichtlich wirklich auf der Suche nach einem entweder noch aktiven oder aber pensionierten Polizisten. Fini biss erneut in eine Nuss. Verdammt. Beide Opfer haben ihren Mörder gekannt und ihm entweder vertraut oder ihn zumindest nicht als gefährlich betrachtet. Sie trat hinter ihren Schreibtisch und schaltete einen der Wandbildschirme an. Culli fing sie an und zeichnete ein Diagramm. Mills und Martinez. Roth ist das Bindeglied zwischen allen dreien. Im Zentrum steht Max Ricker. Wer hat noch etwas mit der Sache zu tun? Sie rief die Namen aller Mitglieder des mit dem Fall Ricker befassten Rauschgiftdezernates auf. Wir werden alle diese Polizisten überprüfen. Sie machte eine kurze Pause und sah die anderen nacheinander an. Und zwar auf Herz und Nieren. Ich möchte, dass dabei so unauffällig wie möglich vorgegangen wird. Konzentriert euch vor allem auf ihre Finanzen. Sowohl Culli als auch Mills hatten Gelder unbekannter Herkunft versteckt. Folgt der Spur des Geldes. Verteufelt, entfuhr es McNabb, als er all die Namen las. Lieutenant, falls die beiden korrupt gewesen sind, falls sie Geld von Ricker oder jemand anderem genommen haben, weshalb hat man sie dann umgebracht? Weshalb hätte ein Kollege ihnen ans Leder gehen sollen? Was hätte er davon gehabt? Glauben Sie etwa tatsächlich, dass es unter Dieben so etwas wie ein Ehrenkodex gibt, McNabb? Fühle oder nein? Oder, naja, vielleicht doch. Ich meine, was hätte der Killer dadurch zu gewinnen gehabt? Eventuell wollte er sich selber schützen. Oder er hat plötzlich Schuldgefühle oder Gewissensbisse gehabt. Ich habe keine Ahnung. Sie zuckte mit den Schultern. Vielleicht hat aber auch einfach Ricker, um sich der beiden zu entledigen, einen Dritten für die Morde bezahlt. Dreißig Silberlinge, überlegte sie. Ricker hat eine Vorliebe für Silber. Es ist durchaus möglich, dass zwar nicht der Killer auf der Liste steht, dafür aber eventuell sein potenzielles nächstes Opfer. Dreißig Silberlinge, sagte sie noch einmal. Ein Symbol des Verrats. Womöglich wollte, wer auch ihre beiden Männer getötet hat, uns ja wissen lassen, dass sie korrupt gewesen sind. Wir müssen herausfinden, warum. Am besten fangt ihr damit an, dass ihr versucht herauszukriegen, wer von diesen Leuten noch die Hand aufgehalten hat. Wenn das rauskommt, ist die Kacke am Dampfen, meinte Fini. Es wird Kollegen geben, die nicht froh darüber sein werden, dass du unseren Berufsstand derart in den Dreck ziehst. Er ist bereits blutbesudelt, antwortete sie. Ich muss jetzt aufs Revier und dann noch ans Gericht. Wir arbeiten heute besser von hier aus. Ich lasse einen zweiten Computer bringen, damit ihr euch vernetzen könnt. Hartnäckig blinkte das rote Licht über der Verbindungstür weiter. Und um nicht vor den Kollegen bei ihm Zugang erbitten zu müssen, ging sie aus dem Zimmer, lief ein Stück den Korridor hinab, schluckte ihren Stolz herunter und klopfte von außen bei ihm an. Rock kam persönlich an die Tür, hatte jedoch einen Aktenkoffer in der Hand. Gut, Tenant, ich wollte gerade gehen. Tja, nun, ich auch. Meine Leute werden heute von hier aus arbeiten, und es wäre hilfreich, wenn wir ihnen einen zweiten Computer zur Verfügung stellen könnten. Somerset wird ihnen alles bringen, was sie brauchen. Ja, gut, nun... Er nahm ihren Arm und drehte sie so, dass sie mit ihm zusammen Richtung Treppe ging. Sonst noch was? Es lenkt mich ziemlich von der Arbeit ab, zu wissen, dass du immer noch nicht gut auf mich zu sprechen bist. Das kann ich mir vorstellen. Was also soll ich deiner Meinung nach dagegen tun? Er fragte sie mit derart netter Stimme, dass er das Bedürfnis in ihr wachrief, ihm einen mächtigen Tritt gegen das Schienbein zu verpassen, und zornig knurrte sie. Verdammt, ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Das hast du. Wie unhöflich von mir, dass ich trotzdem immer noch, wie hast du es formuliert, nicht gut auf dich zu sprechen bin. Du kannst viel besser kalt und eklig sein als ich, erklärte sie ihm grimmig. Das ist einfach nicht fair. Das Leben ist nur selten fair. Doch er hielt es nicht aus, sie derart unglücklich zu sehen, und so blieb er mitten auf der Treppe stehen. Ich liebe dich, Eve. Nichts und niemand könnte daran jemals etwas ändern. Aber, Himmel, ab und zu raubst du mir einfach den letzten Nerv. Die Erleichterung, die sie verspürte, weil er ihr erklärte, dass er sie auch weiter liebte, kämpfte mit dem Ärger über ihren Streit, nur weil sie getan hatte, was sie für das Beste hielt. Hör zu, ich wollte dich halt einfach nicht in diese Sache mit hineinziehen. Ah! Er brachte sie dadurch zum Schweigen, dass er einen Finger über ihre Lippen gleiten ließ. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Dieser eine kurze Satz bringt uns beiden jede Menge Ärger. Aber wir haben beide momentan nicht die Zeit, um darüber zu diskutieren. Deshalb denkst du eventuell, wenn du mal eine kurze Pause beim Kampf um Recht und Ordnung machst, über deine Worte nach. »Sprich nicht mit mir, als wäre ich bescheuert!« Bevor er weiterging, gab er ihr einen Kuss, was sie, auch wenn der Kuss eher flüchtig war, als bereits durchaus positiv empfand. »Kehr zurück zu deiner Arbeit, Eve. Wir werden ausführlich über alles reden, wenn wir beide wieder hier und die anderen gefahren sind.« »Wie kommt es, dass er ständig die Oberhand behält?« murmelte sie giftig und hörte, dass er irgendetwas zu seinem Butler sagte, ehe er die Haustür öffnete und ruhig hinter sich schloss. Während auch sie selbst nun in Richtung Haustür lief, ging sie die gesamte Szene noch mal in Gedanken durch. Sie hätte jede Menge scharfsinniger, böser oder kluger Sachen sagen können, wäre sie ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet gewesen. »Lieutenant?« Somerset stand unten an der Treppe und hielt ihr ihre Jacke hin. Das tat er sonst nie. »Ich werde dafür sorgen, dass ihre Kollegen die Gerätschaften bekommen, die sie für ihre Arbeiten brauchen.« »Ja, super, toll.« »Lieutenant?« Sie schob ihre Arme in die Jacke und sah ihn genervt an. »Was, verdammt!« Er sah sie ungerührt an. »Wegen ihres Vorgehens gestern Abend. Fangen Sie, alter Geier, bloß nicht auch noch davon an.« Sie schob ihn unsanft an die Seite und riss die Haustür auf. »Ich persönlich bin der Ansicht,« fuhr er mit derselben ruhigen Stimme fort, »dass ihr Vorgehen völlig richtig gewesen ist.« »Ebenso gut hätte er mit ihrem eigenen Stunner auf sie zielen können.« Ihr fiel die Kinnlade herunter und sie starrte ihn mit großen Augen an. »Was haben Sie gesagt?« »Ich wiederhole mich nur ungern, vor allem, da ich glaube, dass mit ihren Ohren alles in Ordnung ist.« Damit marschierte er den Korridor hinunter und ließ sie sprachlos zurück. Nadine First erschien auf die Sekunde pünktlich und für ein Live-Gespräch gerüstet in Yves Büro. Yves hatte nichts von einem Live-Interview gesagt, und dass sie jetzt nicht protestierte, war zwar nicht weiter wichtig, fiel der Journalistin aber auf. Dass zwischen ihnen echte Freundschaft herrschte, hatte sie beide früher einmal ziemlich überrascht. Inzwischen jedoch nahmen sie, ohne überhaupt noch darüber nachzudenken, gemütlich einander gegenüber Platz. Sie hatten schon häufig Interviews miteinander geführt, und Nadine wusste mit Bestimmtheit, dass Yves während des Gesprächs keine Bombe platzen lassen würde. Die Ermittlerin rückte nur dann, wenn es ihr selber diente, mit brisanten Auskünften über einen Fall heraus. Trotzdem hätte sie, dank des frühen Interviewtermins und der genauen, sorgfältig recherchierten Informationen, einen beachtlichen Vorsprung und somit deutlich höhere Einschaltquoten als die gesamte Konkurrenz. Offensichtlich, schloss Nadine die Unterhaltung, wurden Detective Coley und Lieutenant Mills auf völlig verschiedene Art und Weise umgebracht. Sie scheinen deshalb einzig aufgrund der Zugehörigkeit der beiden Männer zu ein und demselben Revier davon auszugehen, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen gibt. Wirklich clever, dachte Yves. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass Nadine sich gründlich mit den beiden Opfern beschäftigt hatte, und dass sie deshalb wusste, dass ihre Abteilung für Rickers Festnahme verantwortlich gewesen war. Doch sie war schlau genug, seinen Namen nicht ins Spiel zu bringen, solange sie von Yves nicht das Signal dazu bekam. Das und bestimmte andere Indizien, über die ich noch nicht sprechen kann, führen uns zu der Annahme, dass Detective Coley und Lieutenant Mills ein und demselben Täter zum Opfer gefallen sind. Sie waren nicht nur beide auf dem 128. Revier, sondern haben obendrein im Rahmen der Ermittlungen zu einigen Fällen eng kooperiert. Wir rollen diese Fälle nochmal auf. Die New Yorker Polizei wird alle Möglichkeiten nutzen, um denjenigen nicht nur zu identifizieren, sondern seiner gerechten Strafe zuzuführen, der zwei von ihren eigenen Männern auf dem Gewissen hat. Danke, Lieutenant. Dies war Nadine First mit einem Livebericht aus dem Hauptrevier der New Yorker Polizei für Channel 75. Sie schickte den Film sofort an ihren Sender, nickte ihrer Kamerafrau zu und lehnte sich bequem auf ihrem Stuhl zurück. Wie eine Katze, die vor einem offenen Kanarienvogelkäfig saß und sich die Lippen leckte, dachte Eve. Also, fing sie an. Ich hab nicht viel Zeit, ich muss ans Gericht. Nadine sprang auf. Dallas, warum begleiten Sie mich nicht? fragte Eve sie listig und warf einen dementsprechenden Blick zur Kamerafrau. Sicher, schöner Tag, um ein bisschen spazieren zu gehen. Lucy, fahren Sie schon mal zurück, ich nehm dann ein Taxi. Wie Sie meinen. Freundlich wie gewohnt und in dem Bewusstsein, dass etwas im Busch war, von dem sie noch nichts wissen sollte, schleppte Lucy ihre Kamera hinaus. Reden Sie mit mir, verlangte die Reporterin, als sie mit Eve alleine war. Was hat Ricker mit den Fällen zu tun? Nicht hier, lassen Sie uns ein Stückchen gehen. Oh, das haben Sie wirklich ernst gemeint. Nadine blinzelte zu ihren hübschen, aber unpraktischen, hochhackigen Pumps. Verdammt, wie ich dafür leide, der Öffentlichkeit zu ihrem Recht auf Informationen zu verhelfen. Sie tragen diese Folterinstrumente doch nur, weil ihre Beine damit wirklich toll aussehen. Natürlich. Resigniert folgte Nadine Eve aus dem Büro. Also, wie laufen die Dinge privat? Eve stieg auf das Gleitband und war überrascht, weil sie kurz davor stand, Nadine von ihren Problemen zu erzählen. Schließlich war sie eine Frau, und Eve hatte das Gefühl, als müsste sie mit einer Geschlechtsgenossin reden, damit diese ihr eine geeignete Strategie für den Umgang mit ihrem widerspenstigen Gatten gab. Dann aber kam ihr der Gedanke, dass Nadine trotz ihres eleganten Aussehens, ihrer wachen Intelligenz und ihres im Grunde gutmütigen Wesens im Beziehungsdingen selbst nicht unbedingt erfolgreich war. Gut. Das hat ein bisschen gedauert. Ärger im Paradies? Ihre Stimme klang so mitfühlend, dass Eve noch stärker in Versuchung geriet. Ich habe halt zurzeit unmäßig viel zu tun. Unten angekommen trat sie vor die Tür und entschied sich, außen herum in Richtung des Gerichtstraktes zu gehen. Sie brauchte etwas frische Luft, ein wenig Zeit und vor allem die relative Ungestörtheit, die sie draußen auf der Straße fand. Wie gesagt, das, was Sie jetzt hören, haben Sie von einer anonymen Quelle aus den Reihen der Polizei, Nadine? Meinetwegen, Dallas, aber ich muss Ihnen sagen, dass diese Informationen, wenn Sie direkt im Anschluss an das Interview mit Ihnen kommen, wahrscheinlich prompt Ihnen zugeschrieben werden. Ach, tatsächlich? Nadine musterte die Freundin genauer. Entschuldigung, manchmal bin ich etwas schwer von Begriff. Sie wollen, dass bestimmte Leute wissen oder wenigstens vermuten, dass Sie die anonyme Quelle sind? Sie werden weniger handfeste Informationen als vielmehr bloße Vermutungen von mir bekommen. Machen Sie damit einfach, was Sie wollen. Wenn dieses Gespräch nicht bloße Zeitvergeudung ist, wissen Sie bereits, dass Culli und Mills Mitglieder der Sonderermittlungsgruppe waren, die Max Ricker hochgenommen hat. Ja, das habe ich bereits gehört. Aber bei dieser Gruppe waren mehr als ein Dutzend Polizisten und außerdem noch jede Menge Zuarbeiter engagiert. Selbst wenn der Name Ricker Böses vermuten lässt, erscheint es mir ziemlich verwegen, davon auszugehen, dass er sich die Finger damit schmutzig macht, eine ganze Gruppe Polizisten um die Ecke bringen zu lassen. Und aus welchem Grund? Weil sie ihm auf die Füße getreten sind? Er hat eine Menge Geld bei der Sache verloren, ist aber weiterhin auf freiem Fuß. Es gibt Grund zu der Annahme, dass es eine Verbindung zwischen ihm und mindestens einem der Opfer gab. Formulier es möglichst vage, sagte sich Eve. Sorg dafür, dass die Journalistin von sich aus weitergräbt. Heute Morgen haben vier Männer Haftprüfungstermine, die angeblich in Rickers Diensten stehen. Ihnen werden diverse Verbrechen vorgeworfen, unter anderem die gesetzeswidrige Verfolgung einer Polizistin. Ich denke, wenn Ricker dreist genug gewesen ist, einer Polizistin am helllichten Tag seine Schläge auf den Hals zu hetzen, hat er auch keine Skrupel, wenn es um den Mord an Polizisten geht. Er hat sie verfolgen lassen? Dallas als Journalistin macht mich diese Nachricht unglaublich heiß und aufgeregt. Gleichzeitig jedoch legte sie die Hand auf Dallas' Arm. Aber als ihre Freundin würde ich ihnen gerne raten, umgehend einen Urlaub anzutreten, und zwar möglichst weit von hier entfernt. Vor der Treppe des Gerichtsgebäudes blieb Eve stehen. Ihre anonyme Quelle kann Ihnen nicht sagen, dass Ricker verdächtigt wird, direkt oder indirekt an dem Mord an zwei New Yorker Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein. Aber sie kann Ihnen verraten, dass sich die Ermittlungsleiterin gründlich mit sämtlichen Aktivitäten, Geschäftsverbindung und Unternehmung dieses Mannes befasst. Sie werden diesen Kerl nicht festnageln, Dallas. Er ist wie Rauch, ständig in Bewegung, und jedes Mal, wenn man sich einbildet, man hätte ihn erwischt, löst er sich einfach auf. Warten Sie's ab, forderte Eve sie auf und marschierte die Treppe hinauf. Das werde ich, murmelte Nadine. Und zugleich werde ich mir fürchterliche Sorgen um sie machen. Ach, verflixt. Eve schob die Türen des Gerichtsgebäudes auf und versuchte nicht zu seufzen, als sie die langen Schlangen vor der Sicherheitskontrolle sah. Sie wählte die Schlange für Polizisten und Beamte, die zumindest etwas kürzer als die anderen Reihen war, schob sich zentimeterweise vorwärts und hatte die Schranke gerade hinter sich gelassen, als mit einem Mal wildes Geschrei zu hören war. Sie hörte die Rufe aus der oberen Etage, wo Louis vom Haftrichter vernommen werden sollte, rannte die Treppe hinauf und bahnte sich unter Einsatz ihrer beiden Ellenbogen einen Weg durch die Gruppe von Anwälten und Zeugen, die bereits dort versammelt war. Louis lag auf dem Boden. Sein Gesicht war grau, und von seinen Augen war nur noch das Weiß zu sehen. Er ist einfach plötzlich umgefallen, plapperte jemand aufgeregt. Wie ein gefällter Baum. Ruf doch endlich jemand die Sanitäter. Ruf doch endlich einen Arzt. Fluchend stürzte sie auf Louis zu und ging neben ihm in die Hocke. Treten Sie bitte zurück, Ma'am. Sie hob den Kopf und blickte den uniformierten Beamten an. Lieutenant Eve Dallas, ich bin zuständig für diesen Mann. Tut mir leid, Lieutenant. Ich habe bereits den Arzt verständigt. Er atmet nicht. Sie schwang sich rittlings auf Louis' breiten Brustkorb, riss sein Hemd auf und fing umgehend mit einer Herzmassage an. Schaffen Sie die Leute fort! Sperren Sie den Bereich großräumig ab! Absperren! Absperren! Wiederholte sie und fing, obwohl sie wusste, dass es sinnlos wäre, mit Mund-zu-Mund-Beatmung an. Sie ließ nicht eher von Louis ab, als bis die Sanitäter kamen und erklärten, sie könnten nichts mehr für ihn tun. Zornig wandte sie sich dem für ihn zuständigen Sicherheitsbeamten zu. Erstatten Sie Bericht! Ich will wissen, was, nachdem Sie ihn aus seiner Zelle geholt haben, bis zu seinem Zusammenbruch passiert ist. Lassen Sie ja nichts aus! Nichts Besonderes, Madam. Es war alles vollkommen normal. Der Beamte war verärgert, weil ihm jemand Vorwürfe zu machen schien, nur weil das Herz von irgendeinem Schlägertypen ohne jede Vorwarnung stehen geblieben war. Wir haben ihm vorschriftsmäßig Hand- und Fußfesseln angelegt und ihn dann hierher ins Gerichtsgebäude transportiert. Wer ist wir? Mein Partner und ich. Wir hatten Befehl, jeden Kontakt zwischen ihm und den drei anderen Typen, die Haftprüfungstermine hatten, zu vermeiden. Also haben wir ihn isoliert und etwas später als die anderen hierher gebracht. Sie haben die Treppe benutzt und nicht den gesicherten Fahrstuhl? Ja, Madam. Er zuckte leicht zusammen. Der Fahrstuhl hat nicht funktioniert, deshalb sind wir gelaufen. Er hat uns keine Schwierigkeiten gemacht. Sein Anwalt war hier und hat uns gebeten, eine Minute zu warten, während er über sein Handy mit einem anderen Mandanten sprach. Wir standen direkt daneben, als der Mann plötzlich angefangen hat zu schwanken und dann einfach umgefallen ist. Er hat nach Luft gerungen und während mein Partner sich um ihn gekümmert hat, habe ich versucht, die Leute von hier fernzuhalten. Kurz danach sind Sie gekommen. Zu welchem Revier gehören Sie? Sie warf einen schnellen Blick auf sein Namensschild. Officer Harmon. Madam, ich bin in der Sicherheitsabteilung des Hauptreviers. Hat sich irgendwer dem Mann genähert oder Kontakt zu ihm aufgenommen, bevor er umgefallen ist? Niemand, Madam. Mein Partner und ich hatten ihn vorschriftsmäßig in der Mitte. Wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, niemand wäre diesem Typen nahegekommen, bevor er zusammengebrochen ist? Nein. Das heißt, natürlich sind wir vorschriftsmäßig durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Dort haben ein paar Leute angestanden und andere sind herumgelaufen. Aber niemand hat mit dem Mann gesprochen oder Körperkontakt mit ihm gehabt. Allerdings hat jemand meinen Partner angehalten und nach dem Weg zum Zivilgericht gefragt. Der Typ, der nach dem Weg gefragt hat. Wie nahe ist er dem Mann gekommen? Es war eine Sie, Madam. Es war eine Frau. Sie wirkte ziemlich unglücklich und gramgebeugt, als wir an ihr vorbeigegangen sind. Haben Sie sich die Frau wenigstens angesehen, Harmen? Ja, Madam. Circa Anfang zwanzig, blond, blaue Augen, hellertar. Sie hatte geweint, Madam, und schluchzte immer noch, hat aber gleichzeitig versucht, sich nichts anmerken zu lassen, wenn Sie wissen, was ich damit sagen will. Sie war sichtbar unglücklich. Und als sie ihre Handtasche fallen gelassen und dabei einen Teil des Inhalts auf dem Fußboden verstreut hat, hat sich ihr Schluchzen noch verstärkt. Ich wette, Sie und Ihr Partner haben ihr dabei geholfen, die Sachen wieder aufzuheben, fragte Eve mit böser Stimme, und ein Gefühl von Übelkeit stieg in dem armen Harmen auf. Madam, das kann nicht länger als zehn Sekunden gedauert haben. Der Mann hatte Fußfesseln, und wir hatten ihn die ganze Zeit im Blick. Lassen Sie mich Ihnen etwas zeigen, Harmen. Das können Sie an Ihren Partner weitergeben, wenn er damit fertig ist, sich einen runterzuholen nach der Begegnung mit dieser wunderbaren Frau. Sie winkte den Sanitäter an die Seite. Sehen Sie diesen kleinen, runden, roten Fleck direkt über dem Herzen dieses Mannes? Der Fleck war kaum zu sehen, da Harmen jedoch inzwischen völlig panisch war, schob er sein Gesicht nah an Louis' Brust heran. Ja, Madam. Wissen Sie, was das ist, Officer? Nein, Madam. Nein, Madam, das weiß ich nicht. Das ist der Abdruck einer Spritze. Ihre unglückliche junge Dame hat den Ihnen anvertrauten Mann direkt vor ihrer gottverdammten Nase kaltblütig umgebracht. Sie ließ das gesamte Gebäude nach der Frau durchsuchen, die ihr von Harmen beschrieben worden war. Aber, wie nicht anders zu erwarten, war diese längst getürmt. Also rief sie ein Team der Spurensicherung herbei, um die Ermittlungen in einem neuerlichen Mordfall einzuleiten, und machte sich die Freude, Kenard persönlich zu verhören, der genauso arrogant und widerlich wie am Vortag war. Sie wussten, dass er auspacken wollte, oder? Ich habe keine Ahnung, was Sie damit sagen wollen, Lieutenant. Kenard saß im Verhörraum 3 des Hauptreviers und sah sich betont gelangweilt seine sorgfältig gepflegten Fingernägel an. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass ich freiwillig hier sitze. Ich war heute Morgen nicht mal in der Nähe meines unglücklichen Mandanten, und bisher können Sie nicht mal sicher sagen, ob er nicht vielleicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ein gesunder Mann von nicht mal 50 Jahren, der urplötzlich einen Herzinfarkt bekommt. Wirklich praktisch, vor allem, da der Staatsanwalt bereit war, ihm Immunität zu gewähren, wenn er dafür gegen ihren anderen Mandanten aussagt. Falls man ihm Immunität angeboten hat, ist mir das nicht bekannt, Lieutenant. Über ein solches Angebot hat mich niemand informiert. Da ich jedoch der Anwalt des Verstorbenen war, hätte man ihm ein solches Angebot nur in meiner Gegenwart oder zumindest über mich unterbreiten dürfen. Das ist denen doch wohl klar. Er hatte kleine Zähne, perfekte kleine Zähne, die er zeigte, als er seine Lippen zu einem Lächeln verzog. Es hat also den Anschein, als ob sich irgendjemand, höchstwahrscheinlich sie, nicht an die vorgeschriebenen Verfahrensweisen gehalten hat. Und, oder vielleicht besser, aber, das hat meinem Mandanten letztendlich nicht das Mindeste genützt. Da haben Sie recht. Sie können Ihren anderen Mandanten darüber informieren, dass er mich durch sein Vorgehen in höchstem Maß verärgert hat und dass ich noch härter und noch besser arbeite, wenn ich verärgert bin. Kennard bedachte sie erneut mit seinem schlangengleichen Lächeln. Das ist meinem Mandanten völlig egal. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss meine Pflicht gegenüber dem unglücklichen Mr. Lewis erfüllen und seine Ex-Frau sowie seinen Bruder über sein Ableben informieren. Und falls Sie tatsächlich mit der Vermutung richtig liegen, dass der arme Mr. Lewis keines natürlichen Todes gestorben ist, werde ich seiner Familie raten, die New Yorker Polizei wegen Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht und fahrlässiger Tötung zu belangen. Es wäre mir ein überaus großes persönliches Vergnügen, Sie in dem Zivilverfahren zu vertreten. Ich wette, er muss Sie nicht einmal bezahlen, Kennard. Er wirft Ihnen einfach einen Fisch hin und Sie springen, quietschen und tauchen, um ihn zu bekommen, freiwillig in den Schlamm. Auch wenn sein Mund noch immer lächelte, schwand doch die Belustigung aus seinem Blick. Er stand auf, nickte Eve kurz zu und verließ den Raum. »Ich hätte damit rechnen müssen,« erklärte Eve ihrem Commander. »Ich hätte mir denken müssen, dass Ricker auch bei uns und im Büro des Staatsanwalts irgendwelche Informanten setzen hat. Sie haben nichts falsch gemacht.« Whitneys Entschlossenheit, sich hinter seine Untergebene zu stellen, wurde von einem Gefühl der Verärgerung über das Vorgefallene genährt. Sie haben nur die Menschen, die sie davon in Kenntnis setzen mussten, über das Vorhaben, Lewis als Kronzeuge zu verwenden, informiert. »Trotzdem ist die Sache bis zu Ricker durchgedrungen. Und nachdem Lewis aus dem Verkehr gezogen worden ist, wird es mir ganz sicher nicht gelingen, einen von den anderen dazu zu bewegen, den Mund aufzumachen. Wie es aussieht, habe ich noch nicht einmal genug gegen die Typen in der Hand, um dafür zu sorgen, dass der Richter sie für etliche Zeit hinter Gittern verschwinden lässt. Ich brauche irgendetwas, was ich gegen ihn verwenden kann. Ich habe ihn schon einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, und das schaffe ich bestimmt noch mal. Aber ich brauche einen, wenn auch noch so banalen Grund, damit ich ihn zu einem Verhör vorladen kann.« »Das wird nicht leicht. Er ist zu gut abgeschirmt.« »Ach, Mills«, wandte Whitney sich plötzlich einem anderen Thema zu. »Sie haben keinen Zweifel daran, dass er die Hand aufgehalten hat?« »Nein, Sir, nicht den geringsten. Selbst wenn ich eine Verbindung zwischen ihm und Ricker bisher nicht beweisen kann. Fini ist an der Sache dran, und ich selber gehe verschiedenen Spuren nach.« »Von jetzt an möchte ich einen täglichen Bericht von Ihnen. Wer jeden Schritt, den Sie und Ihre Leute machen, genauestens beschreibt. Und wenn ich sage, jeden Schritt, dann ist das genau so gemeint.« »Zubefehl, Sir.« »Ich will die Namen aller Polizisten, die Sie unter die Lupe nehmen, und ich möchte sofort wissen, welche der Kollegen sich als sauber erweisen und welche vielleicht nicht.« »Zubefehl, Sir.« »Falls Sie der Ansicht sind, dass nicht nur Mills und Coli korrupt gewesen sind. Müssen Sie die Dienstaufsicht darüber informieren.« Sie sahen einander ein paar Sekunden wortlos an. »Sir, ich würde mich nicht sofort mit diesen Dingen an die Dienstaufsicht wenden, denn bisher gibt es keinerlei Beweise dafür, dass auch irgendwelche anderen Kollegen in die Sache verwickelt sind. Bisher ist das alles nicht viel mehr als ein vager Verdacht.« »Und wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis sich der Verdacht verflüchtigt oder verhärtet hat?« »Wenn ich 24 Stunden Zeit bekäme, wäre mir damit bereits gedient.« »Einen Tag, Dallas«, bewilligte er ihr mit einem Nicken zu. »Keiner von uns beiden kann es sich erlauben, länger an der Dienstaufsicht vorbei zu recherchieren. Das ist Ihnen hoffentlich klar.« Sofort nach dieser Unterredung kontaktierte sie Mills Partnerin und bat sie um ein Gespräch. Jedoch nicht auf dem Revier, denn dort bekämen allzu viele Menschen etwas davon mit. Sie traf Martinez in einem kleinen Café, das genau auf halbem Weg zwischen den beiden Wachen lag. Er hat genug von beiden Örtlichkeiten entfernt, um davon ausgehen zu können, dass keiner der Kollegen zufällig zur selben Zeit dort einen Kaffee trank. Martinez kam ein wenig zu spät, und ihre Körpersprache machte deutlich, dass sie nicht gerade gern hier war. »Ich musste mir extra frei nehmen für dieses Treffen.« Ihre Haltung war so steif wie der Ton, in dem sie sprach, als sie Yves gegenüber an dem kleinen Tischchen Platz nahm. »Also fassen wir uns am besten möglichst kurz.« »Meinetwegen. Auch ich habe noch jede Menge anderer Dinge zu erledigen. Möchten Sie einen Kaffee?« »Ich trinke keinen Kaffee.« »Wie können Sie ohne Kaffee leben?« Martinez bedachte sie mit einem säuerlichen Lächeln, winkte den Servierdroh zu sich an den Tisch und bestellte ein Glas Wasser. »Aber nicht aus dem Hahn«, warnte sie in strengem Ton. »Wenn du das versuchst, werde ich das merken und umgehend dafür sorgen, dass du einen Kurzschluss kriegst.« »Also«, wandte sie sich anschließend wieder an Yves. »Falls sie die Hoffnung haben, mit meiner Hilfe Koli oder Mills etwas anhängen zu können, haben sie sich eindeutig geirrt. Sie versuchen offensichtlich, meine Kollegen in den Dreck zu ziehen und sich dadurch bei der Dienstaufsicht liebkind zu machen. Und bereits bei dem Gedanken, dass sie sowas tun, wird mir kotzübel.« Yves hob ihren Kaffee an den Mund und musterte Martinez über den Rand ihres Bechers hinweg. »Jetzt haben sie mir's aber gegeben. Allerdings würde mich interessieren, woher sie all diese Informationen haben.« »Es spricht sich eben herum, wenn ein Kopf Jagd auf die Kollegen macht. Auf dem 128. wird kaum noch von was anderem gesprochen. Wir haben zwei tote Polizisten, und man sollte meinen, sie hätten größeres Interesse daran, denjenigen zu finden, der sie ermordet hat, als die beiden mit Schmutz zu bewerfen, bevor sie auch nur unter der Erde sind.« Yves respektierte Martinez' Temperament, auch wenn es einem weiteren Aufstieg auf der Karriereleiter ganz gewiss nicht dienlich war. »Egal, was sie gehört haben und was auch immer sie möglicherweise denken, gilt mein oberstes Interesse tatsächlich dem Auffinden des Mörders dieser beiden Männer.« »Ja, sicher. Ihnen geht's doch vor allem darum, ihren Mann aus der Schusslinie zu bringen.« »Wie bitte?« »Ihm gehört das Purgatorium. Vielleicht lief dort irgendetwas ab und Culli war der Sache auf der Spur. Diejenigen hatten keine Ahnung, dass er Polizist war, und deshalb waren sie eventuell einfach nicht vorsichtig genug. Und als er ihnen plötzlich gefährlich wurde, wurde er von ihnen kalt gemacht.« »Und Mills?« Martinez zuckte mit den Schultern. »Sie sind es, die behauptet, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen gibt.« »Wissen Sie, Martinez, als ich Sie und Mills zum ersten Mal getroffen habe, dachte ich, er wäre der Blödere von Ihnen beiden. Aber jetzt sitzen Sie hier und kratzen an meiner Intelligenz, indem Sie mir deutlich machen, dass ich mich auf meine Urteilskraft offenkundig nicht verlassen kann.« »Sie sind nicht meine Vorgesetzte.« Martinez' Augen blitzten wie zwei schwarze Sonnen auf. »Ich brauch mir von Ihnen nichts gefallen zu lassen.« »Lassen Sie sich trotzdem etwas von einem Menschen sagen, der schon viel länger seinen Job macht als Sie. Sie sollten lernen, wann es klüger ist, zu reden und wann man besser die Klappe hält. Sie sind weniger als fünf Minuten hier und haben mir bereits viel mehr erzählt, als ich von Ihnen wissen wollte.« »Den Teufel habe ich.« »Sie haben mir erzählt, dass jemand auf Ihrem Revier angefangen hat zu reden. Dass wahrscheinlich genau derselbe Mensch behauptet hat, es gäbe Gründe zu der Annahme, dass Koli und Mills korrupt gewesen sind. Haben Sie sie schon mal gefragt, woher dieses Gerücht möglicherweise stammt? »Wem vielleicht daran gelegen ist, die Kollegen aufzuhetzen, damit mich keiner von Euch auch nur eines Blickes würdigt, wenn ich etwas von ihm wissen will? Denken Sie mal darüber nach.« Um ihr Zeit zum Nachdenken zu geben, trank Yves einen langen Schluck Kaffee. »Ich brauche Rock nicht aus der Schusslinie zu bringen. Er hat nämlich nichts getan. Und nur jemand, der sich Sorgen machen muss, weil er möglicherweise selber Dreck am Stecken hat, hat Grund, sich davor zu fürchten, dass ich im Rahmen meiner Ermittlungen in diesen Mordfällen dahinter kommen könnte, dass die beiden Opfer offenbar nicht ganz sauber gewesen sind.« »Wie gesagt, so etwas spricht sich einfach herum,« wiederholte Martinez, doch klang ihre Stimme nicht mehr ganz so überzeugt, und sobald ihr Wasser kam, trank sie schnell einen Schluck. »Ja, und zwar besonders, wenn jemand daran gelegen ist, dass diese Neuigkeit die Runde macht. Glauben Sie, ich hätte nur, um meinen Mann zu decken, über drei Millionen Dollar auf Colise und Mills Konten eingezahlt? Glauben Sie, ich hätte diese Gelder schon seit Monaten heimlich an die beiden überwiesen, weil mir an einem Skandal gelegen ist, in den zwei Kollegen von mir verwickelt sind?« »Sie sind es, die behauptet, dass das Geld auf ihren Konten gewesen ist.« »Das ist richtig.« »Das behaupte ich.« Ein paar Sekunden starrte Martinez sich schweigend an. Dann jedoch klappte sie unglücklich die Augen zu. »Verdammt! Verdammt! Es ist mir einfach nicht möglich, einen Kollegen zu verraten. Aus unserer Familie ist seit fünf Generationen immer irgendjemand bei der Polizei. Seit über hundert Jahren. Das bedeutet mir sehr viel. Wir müssen füreinander einstehen.« »Ich bitte Sie gar nicht darum, irgendjemanden zu verraten. Aber denken Sie doch einmal nach. Nicht jeder von uns hat Respekt vor seinem Job. Zwei der Männer ihres Reviers sind tot. Beide hatten so viel Geld auf Konten versteckt, wie es ein Polizist, selbst wenn er noch so sparsam lebt, niemals auf legalem Weg verdienen kann. Jetzt sind beide tot. Jemand ist dicht genug an sie herangekommen, um sie ins Jenseits zu befördern, bevor sie auch nur die Zeit hatten zu blindsehen. Wollen Sie vielleicht die Nächste sein? »Die Nächste? Sie sehen mich als potenzielles Opfer?« Wieder fing Martinez Augen an zu blitzen. »Sie denken, ich wäre ebenfalls korrupt.« »Bisher deutet, obwohl ich mich sehr gründlich mit Ihnen beschäftigt habe, nicht das Geringste daraufhin.« »Sie elendige Hexe! Ich hab mir den Arsch aufgerissen, bis ich endlich Detektive war, und jetzt werfen Sie mich den Hain von der Dienstaufsicht zum Fraß vor. Das ist absolut nicht meine Absicht. Wenn Sie mir gegenüber allerdings nicht völlig ehrlich sind, bleibt mir möglicherweise keine andere Wahl. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Also, wer steckt hinter dieser ganzen Sache?«, fragte Eve eindringlich und beugte sich über den Tisch. »Um Himmels Willen, machen Sie endlich Ihre Arbeit und überlegen Sie, wer möglicherweise hinter dieser ganzen Sache steckt. Was verbindet Mills und Culli? Und wer hat genug Geld, um einen Polizisten zu bestechen, damit dieser den Spitzel für ihn spielt?« »Ricker.« »Anklage«, Martinez ballte die Fäuste, bis Eve das Weiß ihrer Knöchel sah. »Verdammt nochmal.« »Sie hatten genug gegen Ricker in der Hand, nicht wahr? Sie haben dieses Lagerhaus gestürmt, denn sie hatten genug für eine Verhaftung, eine Anklage und eine Verurteilung zusammen. Sie hatten das Ganze äußerst sorgfältig geplant.« »Es hatte Monate gedauert, bis wir soweit waren.« »Ich habe nur noch für diesen Fall gelebt. Ich habe genau darauf geachtet, dass wir nicht das Geringste übersehen, habe die anderen gemahnt, geduldig und peinlich gründlich vorzugehen. Denn wir mussten dafür sorgen, dass es nicht das kleinste Schlupfloch mehr für diesen Typen gab. Und dann ist trotzdem alles den Bach runtergegangen. Ich habe nie verstanden, wieso. Ich habe versucht mir, dass er schlicht eine Nummer zu groß für uns gewesen ist, dass er zu mächtigen Schutzgenoss. Aber trotzdem, ein Teil von mir hat von Anfang an gewusst, dass jemand aus unseren eigenen Reihen uns verraten haben muss. Eine andere Erklärung gab es einfach nicht. Aber ich wollte mich nicht damit befassen, und ich will es nach wie vor nicht. Aber trotzdem werden sie es tun. Wie, um einen Brand in ihrem Inneren zu löschen, hob Martinez begierig ihr Glas Wasser an den Mund und fragte dann, weshalb hat man mich unter Beobachtung gestellt. Sie haben es also bemerkt? Ja, ich habe es bemerkt. Ich dachte, sie hätten es auf mich abgesehen. Falls ich dahinter komme, dass sie und Ricker gemeinsame Sachen machen, wird das auch passieren. Bis dahin allerdings dient die Bewachung ihrem Schutz. Ich will, dass sie die Leute abziehen. Wenn ich schon gemeinsame Sache mit ihnen machen soll, brauche ich wenigstens ein bisschen Luft zum Atmen. Ich habe eine persönliche Kopie sämtlicher Informationen, sämtlicher Notizen, sämtlicher Schritte, die von uns vor Rickers Festnahme unternommen worden sind. Nachdem er das Gericht als freier Mann verlassen hat, habe ich mir alles nochmal angesehen, war aber nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache. Das wird jetzt anders sein. Ich hätte gern eine Kopie. Das ist meine Arbeit. Wenn wir ihn endlich haben, werde ich persönlich dafür sorgen, dass man sie für diese Arbeit belobigen wird. Das würde mir sehr viel bedeuten, weil mir nämlich mein Job sehr wichtig ist. Dieser Fall... Der Käpt'n hat mir vorgeworfen, ich hätte die Distanz dazu verloren. Und sie hatte recht, fügte Martinez mit einem traurigen Lächeln hinzu. Ich habe jeden Morgen beim Frühstück an den Fall gedacht, bin abends mit ihm ins Bett gegangen und habe sogar davon geträumt. Wenn ich objektiv geblieben wäre, hätte ich es vielleicht kommen sehen. Dann hätte ich vielleicht bemerkt, wie Mills langsam, aber sicher das Kommando über uns alle übernahm. Damals dachte ich, es hätte einfach etwas damit zu tun, dass er ein solcher Macho war. Wir sollen füreinander einstehen. Sie hatten keinen Grund, ihm gegenüber misstrauisch zu sein. Die Gedenkfeier für Coli ist für übermorgen angesetzt. Falls bis dahin zweifelsfrei bewiesen ist, dass er sich von Ricker bezahlen ließ, spucke ich auf sein Grab. Mein Großvater ist während der innerstädtischen Revolten im Dienst getötet worden, als er zwei Kinder gerettet hat. Sie waren etwas älter als ich und sie schreiben meiner Großmutter bis heute jedes Jahr an Weihnachten und anlässlich des Tages, an dem er sich für sie geopfert hat. Sie haben es noch nie vergessen. Es geht bei unserem Job nicht nur darum, dass man belobigt werden möchte, Dallas. Es geht einfach darum, das Richtige zu tun. Yves nickte und beugte sich nach kurzem Zögern näher zu ihr. Martinez, ich hatte einen von Rickers Schlägern in der Mangel und hatte ihn so weit, dass er eine Aussage machen wollte. Dafür hätte ihm die Staatsanwaltschaft Straffreiheit gewährt. Er hätte heute Morgen einen Haftprüfungstermin gehabt. Während er in Begleitung zweier Polizisten auf dem Weg in das Büro des Richters war, hat es ihn erwischt. Er ist tot. Einfach so. Es gibt also eindeutig irgendwelche undichten Stellen. Nur habe ich keine Ahnung, wo ich mit der Suche anfangen soll. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es mir möglicherweise nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass niemand etwas von unserer Zusammenarbeit erfährt. Vielleicht wird es mir nicht gelingen, Ihren Namen aus der Sache rauszuhalten. Und vielleicht geraten Sie dadurch nicht nur in die Schusslinie Ihrer Kollegen, sondern ernsthaft in Gefahr. Martinez stellte ihr leeres Glas zur Seite und sah Yves reglos an. Wie gesagt, es geht in unserem Job vor allem darum, das Richtige zu tun. Den Rest des Tages brachte Yves mit dem Lesen unzählige Akten zu und sprach dann unter dem Vorwand, sich nach ihrem Wohlergehen erkundigen zu wollen, noch einmal bei Patsy Culli vor. Nach zwanzig Minuten kam sie zu der Überzeugung, dass die trauernde Witwe völlig ahnungslos gewesen war. Das sagt mir mein Instinkt, überlegte Yves, als sie wieder in ihren Wagen stieg. Ich bin mir jedoch nicht mehr sicher, ob ich meinem Instinkt trauen kann. Sie dachte an die Liste, die McNabb alle paar Stunden aktualisierte. Auf einer Seite standen die Kollegen, die eindeutig sauber waren, auf der anderen die, gegen die der Verdacht der Korruption bestand. Da die Wache näher war als ihr Zuhause, fuhr sie zurück in ihr Büro und stellte eine Reihe von Wahrscheinlichkeitsberechnungen aufgrund dieser Namen an. Egal, wie sie es drehte oder wendete, fand sie doch nichts Konkretes. Und sie würde wohl erst etwas finden, wenn sie weitaus tiefer grub. Sie müssten die Leben dieser Polizisten auseinander nehmen, darauf herumhacken und sie zerreißen wie eine Krähe ein Stück rohes Fleisch. Jeder Name, den sie von der Liste streichen könnten, brächte die verbliebenen Namen unter immer stärkeren Verdacht. Sie wusste, wie es war, wenn eine interne Untersuchung gegen einen eingeleitet wurde, wenn einem die Meute von der Dienstaufsichtsbehörde auf den Fersen war. Selbst wenn man ein völlig reines Gewissen hatte, war es grässlich. Selbst wenn man völlig sauber war, ließ die Untersuchung einen widerlichen Nachgeschmack zurück. Sie könnte nicht tiefer graben, ohne dass andere davon erfuhren. Außer, sie benutzte die nicht registrierten, verbotenen Geräte in Rocks Privatbüro. Doch ohne seine Hilfe käme sie damit nicht zurecht. Sie hatte keine Ahnung, welche Schichten abzutragen waren, bis man versteckte Informationen fand. Und sie konnte ihn unmöglich darum bitten, ihr zu helfen, nachdem sie bisher alles unternommen hatte, ihn von ihrer Arbeit fernzuhalten. Sie vergrub den Kopf zwischen den Händen und war beinahe froh, dass sich das dumpfe Pochen dadurch nicht mildern ließ. Normales, anständiges Kopfweh lenkte sie eventuell von ihrem anderen Elend ab. Vielleicht führe sie doch besser allmählich nach Hause, überlegte sie, und kam unterwegs mehrmals an einer Werbetafel für Mavis' neueste DVD vorbei. Ohne darüber nachzudenken, griff sie nach ihrem Link und rief, auch wenn sie keine große Hoffnung hatte, sie tatsächlich zu erreichen, bei ihrer Freundin an. Hallo? Hey, hey, Dallas! Rate mal, was ich hier gerade vor mir habe. Einen nackten, einarmigen Pygmen? Verdammt, wie hast du das erraten? Also dann bis später. Warte, warte! Kichernd versuchte Mavis auf dem Bildschirm ihres Links zu erkennen, was Eve durch das Fenster ihres Wagens sah. Was siehst du wirklich? Dich, und zwar millionenfach vergrößert, mitten auf dem verdammten Times Square. Oh, ist das nicht einfach super? Ist das nicht einfach phänomenal? Ich finde immer wieder irgendwelche Gründe, um kurz hinzufahren und es mir mit eigenen Augen anzusehen. Ich muss mich noch mit einem dicken, fetten Kuss bei Rock dafür bedanken. Leonardo meint, er hätte unter den gegebenen Umständen nichts dagegen, aber ich dachte, ich frage vorsichtshalber vorher noch dich. Rock kann küssen, wen er will. Mavis zog die zur Zeit leuchtend magenta-roten-braun bis dicht unter ihr Blaubeerfahr. Oh-oh, ist zwischen euch beiden etwa dicke Luft? Nein, ja, nein, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Er spricht kaum noch mit mir. Hast du… Ach, egal. Hab ich was? Sie hielt den Bildschirm zu und führte, während Eve ungeduldig mit den Augen rollte, ein geflüstertes Gespräch mit jemandem im Raum. Entschuldige, Leonardo probiert gerade ein neues Bühnenkostüm für mich aus. Hey, warum kommst du nicht kurz vorbei? Nein, du hast zu tun. Also bitte, Dallas, du hast uns hier noch nie besucht. Wenn du gerade am Times Square bist, kannst du in ein paar Minuten hier sein. Ich wollte mir gerade einen riesengroßen eisgekühlten Screamer mixen. Also mach ich halt gleich zwei. Nein, ich… Sie atmete schwer aus, als die Freundin das Gespräch schlichtweg abbrach, und überlegte, ob sie nicht unter irgendeinem Vorwand doch besser sofort nach Hause fuhr. Dann aber dachte sie daran, wie distanziert und kühl Rock am Vormittag gewesen war, und sagte sich, verdammt, warum eigentlich nicht? Ein paar Minuten schaden nicht. Mavis Freestone und ihr Partner Leonardo lebten zusammen in Eves' ehemaligem Apartment. Das jedoch ein knappes Jahr nach ihrem Auszug nicht mehr wiederzuerkennen war. Zu Eves' Zeiten war die Einzimmerwohnung spartanisch möbliert gewesen. Nirgends hatte ein Bild an der Wand gehangen, und sie hatte ihren Autoschef höchstens alle paar Monate gefüllt. Sie hatte ihren damaligen Lebensstil nicht als Pfade, sondern als bescheiden tituliert. Wobei im Vergleich zu Mavis wahrscheinlich selbst ein Ritt auf den äußeren Saturnringen als Pfade anzusehen war. Sobald Mavis ihr öffnete, wurde Eve von den grellen Farben, die ihr entgegenströmten, regelrecht geblendet. Jedes Möbelstück und jeder Stoff hatten eine andere Schattierung. Sie alle jedoch waren derart schreiend, dass man bei ihrem Anblick unweigerlich erst mal die Augen zusammenkniff. Doch das war typisch Mavis. Im Wohnzimmer hatte sie ellenlange Stoffbahnen drapiert. Einige der Stücke waren wahrscheinlich Kunst, andere Entwürfe Leonardos in verschiedenen Stadien der Vollendung, nahm Eve an. Das durchgesessene Sofa, das von ihr bei ihrem Umzug zurückgelassen worden war, hatte inzwischen einen leuchtend-pinkfarbenen, seidig-schimmernden Bezug. Und als wäre dieser Farbklecks nicht bereits genug, waren unzählige Kissen und dicke Überwürfe, ebenfalls in schrillen Tönen, auf der Couch und auf der Stoffbahn, die statt eines Teppichs auf dem Boden lag, verteilt. Perlen, Bänder und Pailletten rannen wie Regen von den Wänden und treten sich mit leisem Klirren unter der niedrigen Decke, deren silberhellen Grundton eine Herrschar strahlend roter Sternchen unterbrach. Selbst die Tische bestanden offenbar aus Stoff und luden mit ihren weichen Formen, falls es mal nicht genügend Stühle geben sollte, ebenfalls zum Sitzen ein. Anscheinend gab es in der ganzen Wohnung keine harte Oberfläche und keinen rechten Winkel. Doch auch wenn sie die Befürchtung hegte, dass man bei längerem Verweilen von all den grellen Farben Halluzinationen bekäme, hätte etwas anderes zu ihrer ältesten und besten Freundin ganz einfach nicht gepasst. Man hatte das Gefühl, einen sturmumtosten Sonnenaufgang zu erleben, auf der Venus. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, dass du endlich mal vorbeikommst! Mavis zerrte Eve mitten in das Farbenchaos, drehte eine elegante Pirouette und zwitscherte begeistert. Na, wie gefällt es dir? Was genau? Mein neues Outfit, was sonst? Zierlich und gärtenschlank machte Mavis eine zweite Drehung in ihrem knappen Kleid. So konnte man das allerdings nicht nennen, überlegte Eve. Es war eher ein Kostüm, das aus kaum mehr als diagonalen Streifen in sämtlichen Schattierungen von tiefen purpurrot bis neonpink bestand. Das Die Ärmel, es mussten Ärmel sein, denn, soweit Eve wusste, wurden von Handschuhen, wie schon der Name sagte, auch die Hände der Trägerin bedeckt, schmiegten sich wie eine zweite Haut an ihre schlanken Arme, und ihre mit Nadelspitzen Absätzen bewährten, ebenfalls grell gestreiften Stiefel reichten bis hinauf zu ihrem straffen Po. Es ist … Sie hatte keine Ahnung, welches die gewünschte Antwort war. Äh, erstaunlich. Ja, nicht wahr? SDT, superduper toll. Trina wird mir noch die Haare passend dazu kreieren. Leonardo ist einfach ein Genie. Leonardo, Eve ist da. Er mixt gerade die Screamer, wandte sie sich wieder an Eve. Du kommst also genau im richtigen Moment. Ich hasse es, allein zu trinken, und du weißt, dass Leonardo Alkohol nicht mag. Fröhlich plaudernd zog sie Eve zur pinkfarbenen Couch. Sie würde sie nicht eher entlassen, als bis sie erfahren hätte, was ihr auf dem Herzen lag. Da ist er ja. Ihre Stimme wurde säuselnd und ihr Blick verträumt. Danke, bester Schatz. Mavis Freund, ein regelrechter Hühne mit lang, seidig schimmernden Zöpfen, goldfarbenen Augen und der glatten, kupferbraunen Haut, die seine gemischtrassigen Vorfahren verriet, kam aus der angrenzenden Küche. Die erstaunliche Geschmeidigkeit, mit der er sich für einen Mann bewegte, der über einen Meter fünfundneunzig maß, wurde durch sein mit einer Kapuze versehenes, knöchellanges, weich fließendes, königsblaues Gewand noch vorteilhaft betont. Er lächelte Mavis breit an, und die Rubine neben seinen Mundwinkeln und unterhalb der linken Braue blitzten dabei fröhlich auf. Gern geschehen, Turtel-Täubchen, säuselte er zurück. Hallo Dallas, ich habe eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet, für den Fall, dass du noch kein Abendbrot bekommen hast. Ist er nicht einfach Sdt? Und ob, pflichtete Eve der guten Mavis, die sich neben ihr aufs Sofa flezte bei. Selbst in ihren hohen Stiefeln reichte sie ihr nicht mal bis zum Brustbein. Du hättest dir keine solche Mühe machen sollen, Leonardo. Es war nicht die geringste Mühe. Er stellte ein Tablett voll mit Essen und Getränken vor den beiden Frauen ab. Es ist wirklich schön, dass du vorbeigekommen bist. Jetzt ist Mavis heute Abend nicht alleine. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mavis bedachte ihn mit einem liebevollen Blick. Eigentlich hatten sie beide, was selten genug vorkam, einmal einen Abend ganz allein daheim verbringen wollen. Doch als sie ihm berichtet hatte, Eve käme und irgendetwas wäre ganz eindeutig nicht in Ordnung, hatte er ihrer Bitte, sich zu verdünnisieren, ohne zu zögern, zugestimmt. Er war, dachte Mavis und stieß einen leisen Seufzer aus. Nun, er war einfach perfekt. Ich kann nicht lange bleiben, begann Eve, aber lehnte Eve von Ardo, hatte Mavis bereits an seine breite Brust gezogen und gab ihr einen tiefen und so intimen Kuss, dass Eve peinlich berührt in eine andere Richtung sah. Ich wünsche dir einen schönen Abend, meine Taube. Er schenkte Eve noch ein rasches, breites Lächeln und glitt geschickt aus dem Apartment, ohne dass er mit einem der unzähligen Möbelstücke zusammenstieß. Er hat gar keinen Termin. Mavis wollte protestieren, fing dann aber an zu grinsen, zogte mit den Schultern und schenkte ihnen beiden den ersten Screamer ein. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns einen netten Weiberabend machen wollen, und das fand er total okay. Also? Sie reichte Eve ein bis zum Rand mit einer grellen, grünen Flüssigkeit gefülltes Glas, das so groß wie eine mittlere Vogeltränke war. Willst du dir erst Mut antrinken, um mir alles zu erzählen, oder legst du lieber sofort los? Eve öffnete den Mund, klappte ihn wieder zu und presste die Lippen aufeinander. Es fiel zu lange her, seit sie zum letzten Mal mit Mavis Screamer getrunken hatte. Vielleicht kann ich ja trinken und dir gleichzeitig erzählen. Prima! Gut gelaunt stieß Mavis mit ihr an und trank mit einem großen Zug den ersten einer ganzen Reihe köstlicher Cocktails aus. Tja! Inzwischen hatten sie den Großteil der Sojachips, des Käsedips und der Maiskölbchen vertilgt, und Mavis war bei ihrem dritten Screamer angelangt. Lass mich wiederholen, ob ich alles richtig verstanden habe. Du hast dich mit irgendeinem Schurken angelegt, der früher mal mit Rock im Geschäft gewesen ist, und hast Rock nichts davon erzählt. Das war eine Angelegenheit der Polizei. Das war Teil meines Jobs. Okay, okay, ich versuche lediglich, es zu verstehen. Und dann hat dieser Schurke irgendwelche zweitklassigen Schläge auf dich angesetzt, mit denen ich problemlos fertig geworden bin. Mavis feigste. Willst du wissen, wie ich die Sache sehe, oder genügt dir deine eigene Sicht? Ich bin ja schon still, murmelte Eve und schenkte sich ebenfalls den nächsten Screamer ein. Als du nach Hause kamst, hatte dir besagter Schurke einen dicken Blumenstrauß und eine schmierige Karte geschickt. Als Eve erneut etwas sagen wollte, legte Mavis einen ihrer purpurrot lackierten Fingernägel an die Lippen und fuhr fort. Du dachtest, er hätte dir die Blumen nur geschickt, um Rock damit zu ködern, weshalb du Somerset gewählt hast, die Dinger zu entsorgen. Aber Rock hat trotzdem was gemerkt, dich auf die Sache angesprochen, und darauf hast du, huch, was für Blumen oder etwas in der A zu ihm gesagt. Huch habe ich ganz sicher nicht gesagt. Die Screamer hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. So was würde ich niemals sagen. Vielleicht habe ich, hey, was für Blumen, zu ihm gesagt. Das ist etwas völlig anderes als Huch. Wie auch immer. Du hast ihn, was für ein anderes Wort gibt es für Lügen, das ein bisschen netter klingt. Mavis schloss die Augen und dachte kurz nach. Schwindeln. Ja, genau. Du hast ihn beschwindelt, weil du verhindern wolltest, dass Rock sich auf den Weg macht und den Kerl wie eine Laus zerquetscht. Eve zog das Wort Lügen dem Ausdruck Schwindeln vor, beschloss jedoch nicht darauf einzugehen. So in etwa, ja. Meine Güte, das war wirklich dämlich. Eve klappte die Kinnlade herunter. Dämlich? Du sagst, ich war dämlich? Eigentlich sollst du mir sagen, dass ich total im Recht war. So laufen diese Dinge doch normalerweise, oder etwa nicht? Alles. Mavis beugte sich etwas nach vorn, ließ sich elegant vom Sofa auf den Boden gleiten und sah zu ihrer Freundin auf. Leider muss ich dir sagen, dass du den Faktor Mann dabei völlig außer Acht gelassen hast. Männer haben Schwänze. Es ist lebenswichtig, dass du das im Umgang mit einem Mann niemals vergisst. Wovon redest du? Eve glitt ebenfalls vom Sofa und trank ihren Screamer bis auf den letzten Tropfen aus. Ich weiß, dass Rock einen Schwanz hat. Schließlich benutzt er ihn, sobald er die Gelegenheit dazu kriegt. Und es gibt eine direkte Verbindung zwischen seinem Schwanz und seinem Ego. Das hat die Medizin inzwischen eindeutig bewiesen. Oder ist es andersrum? Schulterzuckend leerte Mavis ihr Glas. Auch wenn wir Frauen das wahrscheinlich nie verstehen, du hast ihm nicht zugetraut, dass er diese Sache alleine regeln kann. Er hat mir genauso wenig zugetraut, dass ich sie regeln kann. Dallas, Dallas. Kopfschütteln tätschelte Mavis Eves linkes Bein. Dallas, sagte sie zum dritten Mal in mitleidigem Ton. Lass uns noch ein paar Screamer mixen. Die werden wir nämlich dringend brauchen, wenn wir erst das Stadium erreichen, in dem es um die Feststellung geht, dass alle Männer Schweine sind. Während sie sich tapfer durch die zweite Ladung Cocktails kämpften, lag Eve rücklinks auf dem Boden und starrte reglos auf die Perlen, die von der Silberdecke brach, jedoch sie herabzuregnen schien. Wenn alle Männer Schweine sind, warum handern so viele von uns ein? Weil wir Frauen auf emotionaler Ebene funktionieren. Mavis hatte einen leichten Schluck auf, sprach jedoch noch fast normal. Selbst du? Eve rollte sich auf den Bauch und fixierte Mavis aus zusammengekniffenen Augen. Ich nicht. Du auch. Erst packte er dich bei den Hormonen. Ich meine, meine Güte, sehen wir doch nur mal an. Der Mann ist ein sexueller, wie soll ich es am besten sagen? Er ist ein Festmahl für die Sinne. Ja, das trifft es hart. Genau. Zusätzlich findest du ihn vom Kopf her toll, weil er nämlich klug und interessant und geheimnisvoll und all die anderen Sachen ist, auf die du halt abfährst. Aber der Hammer war, als er dein Herz erobert hat. Was hättest du da noch machen sollen? Sobald dein Typ das Herz einer Frau erobert hat, hat er sie an der Angel. Ich bin kein gottverdammter Fisch. Wir sind alle Fische, erklärte Mavis ihr mit etwas schwerer Zunge. Und wir schwimmen durch das große Meer des Lebens. Diese Feststellung fand Eve zum Brüllen komisch, und erst als sie wieder halbwegs Luft bekam, brachte sie ein ersticktes »Du bist wirklich blöd« heraus. »Hey, ich bin nicht diejenige, die gerade eine emotionale Krise hat.« Auf Händen und Knien krabbelte Mavis näher an sie heran und gab der Freundin einen Kuss. »Armes Schätzchen! Mama wird dir sagen, was du machen musst, damit es wieder besser wird.« Sie kroch in der gleichen Haltung zum Krug, kam damit zurück und schenkte ihnen beiden, ohne einen einzigen Tropfen des kostbaren Getränks zu verschütten, schwungvoll nach. »Und was soll das bitte sein?« »Fickel ihn, bis er nicht mehr gerade aussehen kann.« »Das ist alles? Das ist Mamis bester Tipp?« »Und zugleich der einzige, den ich dir geben kann. Da Männer nun mal Schweine sind und der Schwanzfaktor nicht außer Acht gelassen werden darf, vergessen sie üblicherweise auf der Stelle, weshalb sie jemals sauer auf uns gewesen sind, wenn du sie richtig flachwegs.« »Dann soll ich also mit ihm schlafen, damit er nicht mehr länger sauer auf mich ist?« Irgendwo in ihrem alkoholbetäubten Hirn kam ihr der flüchtige Gedanke, dass ein solches Vorgehen aus irgendeinem Grund besser nicht angeraten war. Aber sie kam nicht darauf, aus welchem Grund. »Es könnte funktionieren,« überlegte sie deshalb. »Garantiert, aber wusste ich's doch, dass es ein Aber dabei gibt. Das hab ich sofort gespürt.« »Ach, dieses Vorgehen ist, wie soll ich's nennen, als vorläufige Maßnahme zu sehen. Dallas, ihr habt, du weißt schon, ein ernsthaftes Problem. Du musst versuchen zu ergründen, weshalb du hinter seinem Rücken gehandelt hast. Nicht, dass das wirklich schlimm gewesen wäre, denn manchmal muss man tun, was man für richtig hält. Aber ihr beide seid zwei ungeheure Dickschädel, und jeder von euch will ständig mit dem Kopf durch die Wand.« Zur Demonstration klatschte sie einmal kräftig in die Hände und verschüttete jetzt doch einen Teil ihres giftgrünen Gebräus. »Huch!« »Du behauptest also, dass ich ein Dickschädel bin?« »Und ob! Das ist einer der Gründe, weshalb ich es so liebe. Aber wenn zwei derartige Sturköpfe aufeinander krachen, bleibt es nicht aus, dass es hin und wieder Schwierigkeiten gibt.« »Er sprich kaum noch mit mir.« »Wie gemein!« Mavis leerte ihr Glas, stellte es an die Seite und nahm Eve in den Arm. »Hast du vielleicht Lust auf Eis?« »Dann wird mir sicher schlecht. Was für Sorten hast du denn da?« Ein paar Minuten später nahm sie, ausgerüstet mit riesengroßen Schüsseln süßen Schokokaramelltraums unter dicken Wolken fetter Sahne, wieder auf dem Boden vor dem Sofaplatz. Das, was ich getan habe, war hundertprozentig nicht falsch.« »Mimmelte Eve zwischen zwei großen Löffeln Eiscreme.« »Natürlich nicht. Du bist eine Frau und wir Frauen machen niemals etwas falsch.« »Sogar Somerset ist in diesem Fall auf meiner Seite und dabei weiß ich genau, dass er mich ...« »Er hasst dich nicht.« »Ich liebe diesen blöden Hurensohn.« »Oh, wie süß.« »Mavis Augen wurden feucht.« »Wenn du ihm das endlich mal sagen würdest, kämpft ihr beide garantiert besser miteinander zurecht.« Eve brauchte einen Moment, bis sie verstand. »Nichts Hammerset. Meine Güte. Rock. Ich rede von Rock, dem blöden Hurensohn. Dabei sollte man meinen, dass er etwas Rücksicht auf mich nimmt. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, was ich machen soll.« »Du weißt immer, was du machen sollst. Das ist auch der Grund, weshalb du inzwischen Lieutenant bist.« »Ich meine nicht bei meiner Arbeit, Mavis. Da weiß ich tatsächlich immer, was ich machen soll. Ich meine, gegenüber Rock, in meiner Ehe, in Bezug auf unsere Liebe und all den anderen Quatsch. Du bist total ihre Lehrer.« »Sicher bin ich das. Schließlich hat jede von uns mindestens sechs von Leonardos wunderbaren Screamer in sich reingekippt. Ist er nämlich einfach ein phänomenaler Mann.« »Das ist er.« Eve stellte ihre leere Eisschale zur Seite und legte eine Hand auf ihren Bauch. »Und jetzt muss ich kotzen.« »Okay, ich bin nach dir an der Reihe. Also sag mir, wenn du fertig bist, Bescheid.« Eve rappelte sich mühsam auf, schwankte Richtung Bad und Mavis rollte sich auf dem Fußboden zusammen, schob sich ein der Satanüberwürfe unter den Kopf und schlief auf der Stelle ein. Eve wusch sich das Gesicht und begegnete im Spiegel ihrem angetrunkenen Blick. Sie sah weich aus, dachte sie. Weich, ein bisschen dämlich und sternhagelvoll. Mit leichtem Bedauern durchforstete sie Mavis' Arzneischrank, bis sie eine Packung mit Ernüchterungstabletten fand. Nach kurzem Überlegen schob sie sich nur eine Pille in den Mund. Sie war noch nicht bereit für eine volle Dosis, die ihr sicher sofort den Rest der angenehmen Stimmung nahm. Als sie Mavis wie eine Puppe zwischen einem Berg farbenfrohen Spielzeugs schlafend auf dem Boden liegen sah, beugte sie sich grinsend zu ihr hinab. Was würde ich nur ohne dich machen? fragte sie leise, rüttelte sanft an ihrer Schulter und gab, als zur Antwort nur ein wohliger, schnurrähnlicher Laut kam, den Plan, ihr ins Bett zu helfen, auf. Stattdessen nahm sie eine der vielen bunten Decken von der Couch, deckte Mavis damit zu, richtete sich wieder auf und presste, als sich alles um sie drehte, eine Hand an den Kopf. Ja, noch immer halb betrunken. Das ist gar nicht schlecht. Sie verließ die Wohnung und ließ die Schultern kreisen wie ein Boxer, ehe er den Ring betrat. Sie würde eine Einigung mit Rock erzielen. Dafür war es allerhöchste Zeit. Als sie aus dem Haus trat, traf die frische Luft sie wie eine Faust. Ein paar Sekunden blieb sie stehen, atmete ein paar Mal tief durch und marschierte dann in einer beinahe geraden Linie auf ihren Wagen zu. Für die Fahrt nach Hause schaltete sie klugerweise den Autopiloten ein. Was jetzt? Sie würde diese Sache ein für alle Mal mit ihm klären, dachte sie. Oh ja, und wenn sie ihn dazu verführen müsste? Nun, alles hatte seinen Preis. Dieser Gedanke brachte sie zum Lachen und prustend lehnte sie sich auf dem Fahrersitz zurück. Diese Gegend von New York wirkte unglaublich fröhlich, fand sie. Die Geschäfte der Schwebegrillbetreiber liefen, da unzählige Fußgänger die Gehwege bevölkerten, wahrscheinlich ziemlich gut. Auch die Taschendiebe, dachte sie beinahe zärtlich, hatten angesichts der Scharen argloser Touristen sicher einen wunderbaren Tag. Nach angebrannten Sojawürstchen und rehydrierten Zwiebeln stinkender, fettiger Rauch stieg direkt vor ihrem Wagen in den Himmel auf. Zwei Prostituierten sich lautstark an der Ecke 6.62. und ein hoffnungsvoller Freier feuerte die beiden an. Ein Taxi versuchte, ein anderes zu überholen, verschätzte sich dabei mit dem Abstand, die Stoßstangen der Fahrzeuge stießen aneinander und wie zwei Raketen schossen beide Fahrer mit geballten Fäusten hinter ihren Lenkrädern hervor. Himmel, sie liebte diese Stadt. Eine schar kahlrasierte Jünger der sogenannten reinen Sekte, die sich hier eindeutig außerhalb ihres gewohnten Territoriums befand, marschierte eilig den Bürgersteig hinauf. Ein Werbeflieger glitt trotz abendlichen Flugverbots für diese Dinger dicht über sie hinweg, und eine Stimme pries die Freuden eines All-Inclusive-Trips nach Vegas 2. Hin- und Rückflug sowie drei Nächte in einem Luxus-Doppelzimmer und das alles für den super Sonderpreis von 12.085 Dollar. Was für ein Schnäppchen, dachte sie entzückt. Während der Flieger rumpelnd Richtung Downtown flog, fuhr sie selber in der entgegengesetzten Richtung weiter. Der Fußgängerverkehr nahm ab, die Menschen wurden schicker, und sogar die Schwebekarren wirkten plötzlich elegant. Willkommen in Rorkswelt, dachte sie, und lachte amüsiert über sich selbst. Als sie vor der Einfahrt ihres Grundstücks hielt, tauchte mit einem Mal eine Gestalt vor ihrem Wagen auf. Eve quietschte leise auf, zum Glück jedoch hatte der Autopilot des Fahrzeugs das Hindernis noch rechtzeitig erkannt. Aus ihrem leichten Ärger wurde heißer Zorn, als sie sah, dass Webster aus dem Dunkel an ihre Scheibe trat. Sie rollte das Fenster herunter und funkelte ihn böse an. Hast du vielleicht einen Todeswunsch? Dies ist ein Dienstfahrzeug, und ich hatte obendrein auf Autopilot gestellt. Was wahrscheinlich gut ist, denn du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Schläfrig, mehr als etwas angetrunken und durch und durch verführerisch. Hast du dir einen schönen Abend in der Stadt gemacht? Du kannst mich mal, Webster. Was willst du? Ich muss mit dir reden. Er blickte zum Tor. Es ist nicht gerade einfach, sich hier Zugang zu verschaffen. Weshalb nimmst du mich nicht mit rein? Ich will dich nicht in meinem Haus. Die Wärme seines Lächelns erlosch. Zehn Minuten, Dallas. Ich verspreche auch nicht, das Silber mitgehen zu lassen. Ich habe ein Büro auf dem Revier. Mach, wenn's sein muss, dort einen Termin. Glaubst du, wenn es nicht wichtig wäre, stünde ich dämlich hier herum, nur damit du mir mal wieder in die Eier treten kannst? Sie wünschte sich, sie sähe die Logik dieses Arguments nicht ein. Wünschte sich, sie wäre noch nicht wieder derart nüchtern, um dem Drang zu widerstehen, ihre Scheibe wieder hochzukurbeln, aufs Gaspedal zu treten und im Rückspiegel zu sehen, wie er ihr traurig nachsah. Stattdessen wies sie mit dem Daumen auf den Beifahrersitz, und erst als er um den Wagen herumging, kam ihr die Erkenntnis, dass ihr in den letzten Stunden nicht einmal der Gedanke an ihren Job oder an irgendeinen Mord gekommen war. Ich kann nur für dich hoffen, dass es wirklich wichtig ist. Wenn dies irgendein mieser Trick ist, kriegst du von mir mehr als bloß einen Tritt in die Eier verpasst. Ihr Fahrzeug wurde überprüft, und lautlos glitt das Tor der Einfahrt auf. Ziemlich gut gesichert dafür, dass es nur ein Privatanwesen ist, stellte er mit ruhiger Stimme fest. Sie ging darauf nicht ein, wünschte sich jedoch mit einem Mal, sie hätte doch die volle Dosis sober abgenommen und hätte einen völlig klaren Kopf. Direkt vor dem Eingang ließ sie den Wagen stehen, ging vor Webster die Treppe hinauf zur Tür, und auch, wenn er sich die größte Mühe gab, sich nichts anmerken zu lassen, konnte er den leisen Pfiff nicht unterdrücken, der ihm, als er hinter ihr das Haus betrat, entfuhr. Ich hab noch eine Besprechung, meinte sie, als Somerset aus einem angrenzenden Zimmer auf sie zukam. Die Hände in den Hosentaschen stapfte sie in den ersten Stock hinauf. Webster gab endgültig auf, starrte den Butler an und sah sich gründlich um. Was für ein Palast! Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass du tatsächlich hier lebst. Du hast nie wie der Prinzessinnen-Typ auf mich gewirkt. Als er jedoch ihr Büro betrat, das von Rourke im Stil ihrer alten Wohnung eingerichtet worden war, nickte er zufrieden. So habe ich es mir eher vorgestellt. Praktisch, nüchtern und beinahe spartanisch. Genau wie du selbst. Nun, da mein Arbeitszimmer deine Zustimmung erfahren hat, sag mir endlich, was du von mir willst. Ich hab nämlich noch zu tun. Immerhin hast du die Zeit gefunden, dir heute ein paar Cocktails oder sonst sowas zu genehmigen. Sie legte den Kopf schräg und kreuzte die Arme vor der Brust. Hast du den Eindruck, du hättest ein Mitspracherecht dabei, was ich mit meiner Zeit anstelle? Egal, ob privat oder bei meinem Job? War nur eine Feststellung. Er lief durch das Zimmer, nahm willkürlich ein paar Gegenstände in die Hand, stellte sie wieder zurück und hätte angesichts des fetten Katers, der zusammengerollt auf einer Liege lag und ihn aus zusammengekniffenen Augen giftig anblitzte, fast einen Erlassatz zurückgemacht. Ist das die Palastwache? Allerdings. Ein Wort von mir und er kratzt dir die Augen aus dem Kopf und reißt dir zudem noch die Zunge raus. Zwing mich also besser nicht dazu, ihn auf dich anzusetzen. Er lachte und zwang sich zu entspannen. Hast du zufällig Kaffee im Haus? Ja. Statt jedoch vor den Autoschef zu treten, blieb sie bewegungslos stehen. Wieder lachte er, doch es war ein kurzer, resignierter Laut. Ich wollte sagen, dass du früher netter warst, aber das ist nicht wahr. Irgendwie hat gerade deine fiese Art mich fasziniert. Ich bin wahrscheinlich krank. Komm endlich zur Sache oder hau ab. Er nickte, trat jedoch, um noch ein wenig Zeit zu schinden, an ihr großes Fenster und schaute hinaus. Deine momentanen Ermittlungen stören die Dienstaufsicht bei einer Operation. Oh, das tut mir natürlich unendlich leid. Ich habe sie vor dir gewarnt, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie hatten die Vorstellung, sie kämen schon mit dir zurecht. Er wandte sich ihr wieder zu und fixierte sie. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du die Finger von Max Ricker lassen sollst. Du hast nicht das Recht, mir irgendetwas zu befehlen. Es ist eher eine Bitte, formulierte er es um. Ich bin hier, um dich zu bitten, die Ermittlungen gegen Max Ricker zu beenden. Das kann ich leider nicht tun. Dallas, wenn du die falschen Knöpfe drückst, gefährdest du womöglich Ermittlungen, die bereits vor Monaten in Gang gesetzt worden sind. Eine interne Untersuchung in unseren eigenen Reihen? Das darf ich dir nicht sagen. Dann verschwinde. Ich versuche, dir zu helfen. Wenn du dich zurückhältst, werden wir am Ende alle kriegen, was wir wollen. Sie nahm auf der Kante ihres Schreibtisches Platz. Ich will einen Polizisten-Mörder. Was willst du? Du denkst, mir wäre das egal. Seine Stimme wurde scharf und seine Augen fingen an zu blitzen. Du denkst, es wäre mir egal, dass jemand diese beiden Männer brutal ermordet hat. Ich habe keine Ahnung, was dir wichtig ist. Warum sagst du es mir nicht? Zum Beispiel mein Job, fauchte er sie an. Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihre Arbeit richtig macht und dabei sauber bleibt. Aber Mills und Coli waren schmutzig. Er öffnete den Mund, stopfte dann jedoch die Fäuste in die Hosentaschen und erklärte, dazu darf ich nichts sagen. Das brauchst du auch gar nicht zu tun. Kann sein, dass die Dienstaufsicht ihre Gründe dafür hat, diese Information unter Verschluss zu halten. Meinetwegen. Zufällig möchte ich das ebenso. Aber die Verbindung zwischen den beiden und Ricker wird sicher bald bekannt. Über wie vielen toten Polizisten soll ich deiner Meinung nach noch stehen, bis eure interne Untersuchung irgendwann eventuell zu einem Abschluss kommt? Ihr habt die ganze Zeit gewusst, dass sie korrupt gewesen sind, aber habt nichts dagegen unternommen. So einfach ist das nicht. Du hast es gewusst, wiederholte sie und wurde zunehmend wütender. Du hast gewusst, dass Ricker, Mills und Coli in der Tasche hatte, dass sie ihm dabei geholfen haben, einen Freispruch zu erzielen, obwohl er den Rest seines widerlichen Lebens hätte hinter Gittern verbringen sollen. Wie lange hast du das gewusst? Etwas wissen und etwas beweisen können ist nicht zwangsläufig dasselbe, oder, Lieutenant? Schwachsinn, Webster. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen so viel über diese beiden Polizisten rausgefunden, dass man sie problemlos hätte aus dem Verkehr ziehen und ihre Posten hätte entheben können. Ihr habt also einen Grund dafür gehabt, dass ihr nicht längst gegen sie vorgegangen seid. Und jetzt willst du, dass ich die Finger von Max Ricker lasse. Woher soll ich wissen, dass du nicht auch in seinen Diensten stehst? Seine Augen schleuderten nun Blitze. Und ehe er sich eines Besseren besinnen konnte, stand er direkt vor ihr, zerrte sie unsanft auf die Füße und fauchte. Das war unterhalb der Gürtellinie. Das habe ich von euch Typen der Dienstaufsicht gelernt. Willst du dich etwa auf die Seite eines korrupten Bullen stellen? Auf die Seite eines Typen, der keine Sekunde gezögert hätte, dich deinen Feinden auf einem goldenen Tablett zu servieren, wenn er einen Vorteil für sich dabei gewittert hätte? Ich habe meine Gründe für das, was ich tue und brauche mich vor dir nicht dafür zu rechtfertigen. Du hast früher ebenfalls haarscharf zwischen gut und böse bzw. richtig und falsch getrennt. Wann wurde diese strenge Trennungslinie aufgeweicht? Vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem du dich mit Rock eingelassen hast? Lass mich los! Sofort! Doch das konnte er nicht. Mills war Abschaum. Willst du tatsächlich das Risiko eingehen, die Arbeit zunichte zu machen, die wir seit Monaten geleistet haben, um für einen Typen einzutreten, wie er einer gewesen ist? Er hätte dich für ein Taschengeld verkauft. Und jetzt ist er tot. Entspricht es dem Gerechtigkeitsgefühl der Leute bei eurer Behörde, dass jemand mit dem Leben dafür bezahlt, wenn er korrupt gewesen ist? Falls Ricker ihn hat ermorden lassen, hat er einen anderen Polizisten als Mordwerkzeug benutzt. Bringt das deine Welt wieder ins Gleichgewicht? Seine Augen fingen an zu flackern. Das ist ziemlich weit hergeholt. Nein, nein, das ist es nicht. Sie fixierte ihn aufgebracht. So muss es tatsächlich gewesen sein. Und das weißt du genau. Das weißt du bereits seit dem Mord an Collie. Und deshalb hast du auch... Sie brach ab, denn plötzlich fiel ihr etwas Grauenhaftes auf. Collie? Du hast Collie nicht erwähnt. Nur Mills. Weil Collie kein Abschaum gewesen ist, nicht wahr, Webster? Er war nur ein Werkzeug. Ihr habt ihn auf die anderen angesetzt. Ihr habt ihn benutzt. Hör auf. Oh nein, ich höre garantiert nicht auf. Wie ein lebendiges Wesen riss ihr Zorn mit messerscharfen Klauen an ihrem Gehirn. Er hat Undercover für euch ermittelt. Er hat nichts genommen, sondern ihr habt ihm etwas gegeben, um es aussehen zu lassen, als wäre er korrupt, damit er Informationen für euch sammeln und sich näher an Rickers Leute bei der Polizei heranbewegen konnte. Mit geschlossenen Augen arbeitete sie weitere Einzelheiten heraus. Ihr habt ihn ausgewählt, weil er blitzsauber und vor allem totaler Durchschnitt war. Fast unsichtbar. Eine kleine Nummer, aber mit einem ausgeprägten Sinn für Recht und Ordnung. Ihr habt ihn sorgfältig ausgewählt und rekrutiert. Murmelte sie und schlug die Augen wieder auf. Seine Zeit beim Militär sprach wahrscheinlich für ihn. Er war es gewohnt, Befehle zu befolgen. Wahrscheinlich habt ihr ihm einen Bonus ausgelobt, den er gut gebrauchen konnte, weil er für seine Familie eine größere Wohnung haben wollte, ohne dass sich seine Frau deswegen wieder hätte eine Arbeit suchen müssen. Ihr habt ihn damit geködert, dass ihr an sein Pflichtgefühl und seinen Familiensinn appelliert habt. Und natürlich habt ihr ihn zusätzlich mit Ricker selbst gelockt. Er hatte jede Menge Zeit in die Sache investiert, weshalb er wahrscheinlich ziemlich sauer war, als der Kerl den Gerichtssaal als freier Mann verlassen hat. Ihr habt ihn in die Falle laufen lassen. Es hat ihn niemand mit Waffengewalt dazu gezwungen, erwiderte Webster, wobei jedoch seine gequälte Stimme Schuldgefühle verriet. Auf dem 128. Revier ist eindeutig irgendetwas faul. Kully war genau der Richtige für uns, aber er hätte nur Nein zu sagen brauchen und schon hätte er nichts mit dieser ganzen Sache zu tun gehabt. Ihr wusstet, dass er das nicht machen würde, gerade weil er genau der Richtige für euch gewesen ist. Gottverdammt, Webster, Gottverdammt! Er wurde umgebracht, weil jemand ihm seine Rolle wirklich abgenommen hat. Jemand hat ihn umgebracht, weil er dachte, er wäre korrupt. Willst du mir etwa erzählen, dass wir damit hätten rechnen müssen? Mischung aus Zorn und schlechtem Gewissen, die in seinem Inneren kochte, war ein bitteres Gebräu. Das Ganze hat uns völlig überrascht. Er war einer von uns, Dallas. Er war sich der Risiken, die mit seinem Job verbunden waren, bewusst. Das sind wir uns alle. Ja, wir sind uns der Risiken bewusst und müssen damit leben. Oder sterben. Sie schob ihr Gesicht dicht an ihn heran. Und mich hast du ebenfalls benutzt, ohne dass dich irgendwer darum gebeten hat. Du bist ganz freundlich angekommen und hast mir als alter Kumpel gerade so viel Mist erzählt, dass ich an den richtigen Stellen gegraben und das von Koli in eurem Auftrag auf seinen Konten versteckte Geld gefunden habe und dadurch zu dem Schluss gekommen bin, dass er korrupt gewesen ist. Du hast mich dazu gebracht, einen guten Polizisten in den Dreck zu ziehen. Glaubst du vielleicht, mich macht das nicht genauso krank wie dich? Ich weiß nicht, was dich krank macht. Sie wollte sich abwenden, doch er griff erneut nach ihrem Arm. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er umfassend rehabilitiert. Wir werden ihn posthum befördern. Für seine Familie wird gesorgt. Sie ballte eine Faust. Statt sie ihm jedoch unter das Kinn zu rammen, blickte sie ihn mit kalter Verachtung an. Verschwinde. Verschwinde aus meinem Haus. Um Himmels Willen Dallas. Das alles hat niemand gewollt. Aber trotzdem habt ihr die Gelegenheit genutzt und ihn, weil es euren Zwecken diente, in den Schmutz gezogen, bevor er auch nur richtig kalt gewesen ist. Wir hatten keine andere Wahl. Wütend packte er ihren zweiten Arm und schüttelte sie leicht. Ich sollte heute Abend gar nicht hier sein. Ich hätte dir nichts von alledem erzählen dürfen. Warum hast du es dann getan? Unsere Behörde wird einen Weg finden, dich entweder von diesem Fall abziehen zu lassen oder dich Rickert zum Fraß vorzuwerfen, falls ihr das besser passt. So oder so wirst du als lebendige Zielscheibe durch die Gegend laufen. Und das will ich verhindern, weil du mir nämlich wichtig bist. Er riss sie an seine Brust und sie war zu schockiert, um etwas dagegen zu tun. Sie drückte beide Hände gegen seine Brust, spürte seinen schnellen Herzschlag und die Hitze seines Leibs. Meine Güte, Webster, bist du wahnsinnig geworden? Es wäre mir lieber, sie ließen meine Frau freiwillig los, als dass ich ihnen beide Hände brechen muss, erklärte Rock von der Tür her. Aber notfalls tue ich auch das. Selbst wenn seine Stimme durchaus freundlich klang, täuschte er Eve doch keine Sekunde. Egal, wie elegant er seine Wildheit verpackte, hörte Eve sie doch heraus. Das kalte, blaue Blitzen seiner Augen rief zudem ein Gefühl der Furcht in ihrem Innern wach. Es traf sie wie ein Fausthieb in den Magen, und so baute sie sich hastig zwischen ihrem Mann und Webster auf. Rock, Webster und ich sind mitten in einer Besprechung und hatten gerade einen kurzen arbeitstechnischen Disput. Das glaube ich nicht. Such dir irgendetwas zu tun, Eve, und zwar möglichst außerhalb dieses Raumes. Sie gab sich die größte Mühe, ihre Furcht durch Ärger zu verdrängen, doch es gelang ihr nicht. Sie fing an zu zittern, als sie daran dachte, dass der Abend womöglich darin gipfeln würde, dass sie gezwungen wäre, ihren eigenen Mann wegen Mordes zu verhaften. »Reiß dich zusammen!« Sie musste unbedingt die Oberhand gewinnen. »Du hast die Situation völlig falsch interpretiert.« »Nein, das hat er nicht, zumindest nicht, was mich betrifft.« Webster trat entschieden hinter ihr hervor. »Und ich habe mich noch nie hinter einer Frau versteckt. Wo ist es Ihnen lieber?« fragte er mit einem Nicken in Rorks Richtung. »Hier, oder wollen wir lieber nach draußen gehen?« Rork bleckte die Zähne wie ein sprungbereiter Wolf. »Hier und jetzt.« Sie sprangen aufeinander zu. Wie zwei Hirsche zu Beginn der Brunftzeit ging es Eve viel später, als alles vorbei war, durch den Kopf. Im Moment jedoch konnte sie überhaupt nicht denken, sondern riss nur entsetzt die Augen auf. Sie musste mit ansehen, wie Webster durch die Luft flog und auf einem Tischchen landete, das unter seinem Gewicht zusammenbrach. Galahad sprang fauchend auf und grub ihm seine Krallen in die Schultern. Doch Webster keuchte lediglich leise auf und rappelte sich hastig wieder hoch. Einige Sekunden später wurde das Klirren einer umfallenden Lampe von dem grässlich knirschenden Geräusch von Fäusten, die auf Knochen trafen, übertönt. Sie schrie vor lauter Panik auf. Sie hörte, dass sie schrie, auch wenn ihre Stimme völlig fremd in ihren Ohren klang. Da sie nicht wusste, was sie tun sollte, zog sie ihre Waffe, stellte sie niedrig ein und feuerte zwischen den beiden Männern in die Wand. Webster fuhr herum. Rork hingegen zuckte nicht einmal zusammen und versetzte seinem Gegner einen Fausthieb mitten ins Gesicht. Wieder ging ein Tisch zu Bruch, und dieses Mal blieb Webster liegen. Oder hätte sich zumindest nicht mehr gerührt, hätte Rork sich nicht zu ihm herabgebeugt und ihm am Kragen seines Hemdes erneut auf die Beine gezarrt. »Rork!« Eve richtete den Stunner direkt auf seine Brust. »Es reicht! Lass ihn los, sonst schieße ich! Ich schwöre dir, ich schieße!« Der Blick aus seinen Augen brannte sich ihr in die Seele. Doch er ließ von Webster ab, und Somerset, der lautlos eingetreten war, erklärte, »ich geleite unseren Gast hinaus.« »Tun Sie das, und machen Sie die Tür hinter sich zu.« Während Rork dies sagte, sah er jedoch nicht den Butler, sondern reglos seine Gattin an. »Du willst also auf mich schießen?« murmelte er mit seidig weicher Stimme, als er nur noch dreißig Zentimeter vor ihr stand. Ihre Nerven drohten zu zerreißen, doch sie antwortete kühl. »Wenn du dich nicht beruhigst, werde ich das tun. Und jetzt werde ich feststellen, wie es Webster geht.« »Oh nein, das wirst du nicht. Das wirst du ganz sicher nicht. Es sei denn, dass du wirklich vorher auf mich zählst.« Jetzt war ihm deutlich anzuhören, dass er in einer Gosse in Dublin aufgewachsen war. »Also los, drück schon ab!« Sie hörte, dass die Tür ins Schloss fiel, und auch wenn es sie unglaublich wütend machte, schnürte ihr die Furcht immer noch die Kehle zu. »Zwischen uns beiden hat sich nicht das Geringste abgespielt,« erklärte sie mit zornbebender Stimme. »Und es ist unglaublich beleidigend für mich, dass du das anscheinend denkst.« »Meine Liebe, Eve, wenn ich wirklich denken würde, dass zwischen euch beiden nur das Geringste wäre, hätte er dieses Haus nicht lebend verlassen.« Er schlug ihr geschickt die Waffe aus der Hand. »Aber du hast dich zwischen uns gestellt.« »Weil ich vermeiden wollte, dass deine männlichen Hormone völlig mit dir durchgaloppieren.« Hilflos wackelte sie mit den Armen durch die Luft. »Verdammt, du hast Kleinhold aus meinem Arbeitszimmer gemacht und einen Polizeibeamten angegriffen. Und das alles nur, weil es zwischen mir und ihm eine berufliche Auseinandersetzung gab.« »Zwischen dir und einem Kollegen, mit dem du mal was hattest. Und als ich dazu kam, ging es eindeutig nicht um euren Job.« »Okay, meinetwegen, vielleicht. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass du dich wie ein Idiot benommen hast. Wenn ich jede Frau verprügeln würde, mit der du mal was hattest, bekämm es wahrscheinlich nicht nur beinahe alle weiblichen Personen in New York, sondern im gesamten bekannten Universum, irgendwann einmal mit mir zu tun. Das ist etwas völlig anderes.« »Warum?« »Jetzt hatte sie ihn am Schlafittchen«, dachte sie zufrieden. »Warum ist das etwas völlig anderes?« »Weil ich meine ehemaligen Geliebten nicht mit nach Hause bringe und mich dann auch noch von ihnen begrapschen lasse, wie es zwischen euch beiden der Fall gewesen ist.« »So ist es nicht gewesen. Es war nur...« »Und weil du...« Er packte den Kragen ihres Hemdes und zog sie in die Höhe, bis sie nur noch auf ihren Zehenspitzen stand. »Alleine mir gehörst.« Ihr quollen regelrecht die Augen aus dem Kopf. »Was? Was? Ich bin also dein Eigentum? Wie eins deiner verdammten Hotels?« »Ja, wenn du so willst.« »Oh nein, so will ich es ganz sicher nicht.« Bei dem Versuch, sich zu befreien, zerriss sie sich das Hemd, und als sie sich ein zweites Mal bemühte, sich ihm zu entwinden, drehte er sie einfach so, dass sie mit dem Rücken zu ihm stand, hielt ihre Arme wie in einem Schraubstock und erklärte ihr mit warmer, gefährlicher und zugleich verführerischer Stimme, »Du hast innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Grenzen überschritten. Glaubst du, das lasse ich mir einfach so gefallen? Glaubst du, ich hätte keinen Biss mehr, nur weil ich dich liebe?« Wie um ihr zu beweisen, dass das nicht der Fall war, grub er seine Zähne leicht in ihren Hals. Sie konnte nicht mehr denken, denn ein roter Nebel wogte um ihr Gehirn. »Lass mich los!« schnauzte sie ihn atemlos an. »Ich bin viel zu wütend, um heute Abend irgendwelche Spielchen mit dir spielen zu wollen.« »Nein, du bist nicht wütend.« Er drehte sie wieder herum, drückte sie mit dem Rücken an die Wand, riss ihre Arme über ihren Kopf und schob sein Gesicht, das Gesicht eines gefallenen Engels, so dicht es ging an sie heran. Du bist fasziniert und, wenn auch gegen deinen Willen, ungemein erregt. Dein Puls rast und du zitterst, teilweise aus Angst, aber das macht es noch spannender für dich.« Er hatte recht, denn auch wenn sie ihn dafür verdammte, breitete sich das Verlangen wie eine Schar wilder kleiner Ameisen in ihrem Innern aus. »Lass mich los! Du tust mir weh!« »Nein, denn vielleicht bin ich bisher immer viel zu sehr darauf bedacht gewesen, dir nicht wehzutun. Hast du vergessen, worauf du dich mit mir eingelassen hast?« »Nein!« Ihr Blick fiel auf seinen Mund und sie dachte, »Gott steh mir bei, aber ich will, dass er mich küsst.« »Du gehörst nur mir. Und bevor wir beide heute Abend miteinander fertig sind, wirst du das freiwillig sagen.« Mit einer Hand riss er die Knöpfe ihres schon zerfetzten Hemdes bis nach unten auf. »Und jetzt nehme ich mir, was mir gehört.« Ihr Stolz verlangte, dass sie sich ihm widersetzte, und so schob sie blitzartig, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, ihren Fuß hinter sein Bein. Er jedoch verlagerte lediglich sein Gewicht, worauf sie gleichzeitig mit ihm zu Boden ging. Der Sturz raubte ihr kurzfristig den Atem, und als sie ein Knie anzog, um ihn zu treten, rollte er sich, ohne ihre Arme loszulassen, auf die Seite und drückte sie auf dem Boden fest. Sie fing an zu fluchen, doch als sie den Kopf zur Seite drehte, damit er sie nicht küsste, presste er die Lippen kurzerhand auf ihren Hals. Ihr Puls begann zu rasen, und er hätte es dabei belassen können, dachte er. Schließlich hatte er sich im Verlauf der Jahre, wenn auch mühsam, so auf jeden Fall erfolgreich, ein großes Maß an Zivilisiertheit zugelegt. Aber Eve hatte die Bestie in seinem Innern geweckt. Ihr Geruch, ihr heißer Duft stieg ihm in die Nase und rief eine unbändige Begierde in ihm wach. Sie hatten schon zuvor gelegentlich ihre Stärken und Willenskräfte gemessen, doch hatte dabei stets ein Gefühl für Fairness geherrscht. Heute aber nicht, war alles, was er denken konnte. Heute nicht. Sie stöhnte, als er ihre hoch aufgerichtete Brustwarze umfasste und als er seinen Mund auf ihre Lippen drückte, biss sie kräftig zu. Der aufflackernde Schmerz steigerte das animalische Verlangen, das er empfand. »Liomse«, knurrte er und bedachte sie mit einem wilden Blick. Dieses Wort in der Sprache seiner Kindheit hatte er schon einmal benutzt. »Mein«. Inzwischen kämpfte sie gegen sich selbst und musste nach kurzer Zeit erkennen, dass der Kampf bereits verloren war. Wieder näherten sich seine heißen, harten Lippen ihrem Mund und riefen auch in ihrem Inneren animalische Gelüste wach. Sie wollte, wollte ihn. Sie reckte sich ihm voller Leidenschaft entgegen und küßte ihn mit aller Wildheit, die in ihr tobte. Er riss sie in die Höhe, zarrte ihr die Reste ihres Hemdes über die Schultern, versuchte ihr, das Waffenhalfter abzustreifen, legte es ihr dabei allerdings versehentlich wie eine Fessel an. Erneut wog da Angst in ihrem Inneren auf. Sie war völlig wehrlos. »Sag es! Verdammt, Yves, sag es!« Abermals verschmolzen ihre beider Münder. Dann glitten seine Lippen über ihren Hals und ihre Brüste, er grub ihr die Zähne in die Haut und strich mit seinen Händen über ihren Leib. Mit einem lauten Aufschrei warf sie ihren Kopf zurück. Der letzte Rest von Stolz verbrannte in der glühend heißen Freude, die sie im Zusammensein mit Rourke empfand. Dann rollte sie mit ihm über den mit Splittern übersähten Boden, angetrieben von einem Gefühl, das viel zu heftig war, als dass man hätte meinen können, dass sie sich ihm ergab. Sie kämpfte sich aus ihrem Halfter und riss an seinem Hemd. Sie sehnte sich nach Fleisch, dem Fleisch von diesem Mann. Seiner Weichheit und seinem Geschmack. Sie rang erstickt nach Luft. Seine Hände strichen hart über sie hinweg, und seine sehnigen Finger riefen gnadenlos immer heißere Erregungen in ihr wach, bis sie meinte, dass sie stürbe, wenn sie ihn nicht ganz bekam. Er streifte ihr die Hose von den Beinen, hatte sie und trieb sie mit der Zunge weiter an. Der Orgasmus brandete wie eine heiße Flutwelle durch ihren Leib, und in dem verzweifelten Bemühen, irgendeinen Halt zu finden, vergrub sie ihre Finger in dem dicken Teppich, auf dem sie mit ihm lag. Doch es war bereits zu spät. Die Welle hatte sie ergriffen und ließ sie hilflos hin- und herzucken. Und noch immer hörte er nicht auf. Hätte es selbst beim besten Willen nicht gekonnt. Ihre gutturalen Schreie versetzten ihn in einen regelrechten Rausch. Jeder seiner Atemzüge war angefüllt mit ihr, mit ihrem heißen, scharfen, weiblichen Geschmack. Sie gehörte ihm. Während sie ekstatisch erschauderte, glitten seine Lippen über ihren Leib und legten sich, während er seine Finger tief ins Schob, um ihre straffe Brust. Sie kam noch einmal und mit solcher Macht, dass sie ihre Nägel in seinem festen Fleisch vergrub und vor Entzücken gellend schrie. »Sag es, sag es mir!«, verlangte er, erfüllt von dunkler Freude und einem beinahe boshaften Vergnügen, als er in ihre verschwommenen Augen sah. »Verdammt! Ich will, dass du es sagst!« Irgendwie drang seine Worte durch den Nebel der Verzückung zu ihr durch. Oh nein! Er wollte nicht, dass sie sich ihm ergab. Er wollte, dass sie akzeptierte, was zwischen ihnen beiden war. Ihre Kehle brannte, und ihr Innerstes verlangte schmerzlich, dass er sich mit ihr verbannt. Sie öffnete sich ihm, reckte sich ihm entgegen und stieß ebenfalls auf Gälisch aus. »Leomsa, du gehörst nur mir!« Dann verschmolzen ihre beider Münder, und er stieß sich endlich tief in sie hinein. Sie lag reglos unter ihm, total entkräftet und regelrecht betäubt. Das Klingeln ihrer Ohren machte es unmöglich, irgendwas zu denken. Sie versuchte, sich in diesem Leib zu finden, der so primitiv auf sein Verlangen eingegangen war. Vor allem aber wollte sie das Echo der Empfindung genießen, das in ihr klang. Als er sich bewegte, wollte sie sich auf den Bauch drehen, so wie sie es immer machte, wenn die Erschöpfung die Oberhand gewann. Er aber hob sie hoch, nahm sie in die Arme, erklärte ihr mit rauer Stimme, »Wir sind noch nicht fertig.« Trug sie aus dem Trümmerfeld ihres Büros ins Schlafzimmer hinüber und legte sie dort sanft aufs Bett. Als sie wieder erwachte, war das Schlafzimmer bereits in helles Tageslicht getaucht. Es gab keine Stelle ihres Körpers, die nicht ein wenig schmerzte, und sie war allein. Sie blieb auf dem zerwühlten Laken liegen, während in ihrem Innern Scham mit Freude rang. Sie hatten nichts gelöst, wurde ihr bewusst. Ihre Beziehung war nach wie vor nicht im Gleichgewicht. Mit der Überlegung, ob sie etwas besser gemacht oder weiteren Schaden angerichtet hatten, stand sie schließlich auf und ging ins Bad. Nach dem Duschen schaffte sie es, sich anzukleiden, ohne dabei in den Spiegel zu sehen. Ihr Halfter und die Waffe lagen im Schlafzimmer auf einem Tisch. Während sie sich fragte, wann er diese Dinge dort platziert hatte, legte sie sie an und fühlte sich sofort ein wenig besser. Bis sie ihr Büro betrat und sah, dass Peabody entgeistert auf das Durcheinanderstarte, das dort angerichtet worden war. »Ach, muss ein wirklich tolles Fest gewesen sein«, stellte ihre Assistentin lapidar fest. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Eve kickte die zerbrochene Lampe zur Seite und marschierte zu ihrem Schreibtisch. »Ihr ging es jetzt einzig darum, dass sie nicht vollends die Kontrolle über alles verlor.« »Ich habe Informationen, die von einiger Bedeutung für unsere Ermittlungen sind. Setzen Sie sich!« Peabody räusperte sich und hob einen Stuhl vom Boden auf. Sie hatte nie zuvor erlebt, dass ihr Lieutenant ein morgendliches Briefing ohne eine Tasse Kaffee in der Hand begann. Klugerweise jedoch verkniff sie sich eine diesbezügliche Bemerkung, nahm gehorsam Platz und nahm ihren Taschencomputer zur Hand. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Dienstaufsichtsbehörde eine Operation durchführt, die in direktem Zusammenhang mit unseren beiden Fällen steht«, begann Eve und klärte ihre Assistentin weitestgehend auf. Als sie mit ihrem Bericht geendet hatte, legte Peabody ihren Computer auf den Knien ab und meinte, »Falls ich meine Meinung dazu sagen darf, Madam, das Ganze stinkt zum Himmel. Ich kann Ihnen versichern, dass das auch meine Meinung ist. Sie haben die Ermittlungen in zwei Mordfällen dadurch behindert, dass sie uns wichtige Informationen vorenthalten haben. Das darf nicht einmal die Dienstaufsicht. Nein, das darf sie nicht, und ich werde deshalb etwas unternehmen. Währenddessen setzen Sie sich bitte mit Dr. Myra in Verbindung und fragen, ob sie für die Besprechung vielleicht hierher kommen kann. Ich möchte nicht, dass die Dienstaufsicht irgendetwas davon mitbekommt. Und Sie rufen McNabb an. Ich möchte, dass er sich die Liste der Leute vom 128. Revier nochmal genauer ansieht, und zwar ebenfalls nicht auf der Wache, sondern hier. Bis wir sicher wissen, wer alles in die Sache verwickelt ist, fahren wir mit unseren Ermittlungen in dieser Richtung am besten so abhörsicher wie möglich fort. »So viel zur lauthalsgerühmten Solidarität innerhalb der Polizei,« murmelte Peabody erbost. »Diese widerlichen Ratten!« »Behalten Sie Ihre persönliche Meinung zu der Sache für sich. Wir haben zwei ermordete Kollegen und können es uns deshalb nicht leisten, einen internen Krieg zu führen. Auch wenn Sie nichts lieber täte als das. Ich möchte Whitney persönlich über diese neue Entwicklung informieren. Ich bin in zwei Stunden wieder hier oder rufe, wenn es später wird, bei Ihnen an. »Sehr wohl, Madam. Soll ich in der Zwischenzeit ein bisschen Ordnung machen?« »Das gehört wohl kaum zu Ihrem Job,« schnauzte Yves sie an, kniff dann aber die Augen zu und atmete tief durch. »Verzeihung. Vergessen Sie es. Stören Sie sich einfach nicht an dem Durcheinander, es sei denn, es läge Ihnen was im Weg. Sagen Sie Myra, dass das Gespräch mit ihr sehr wichtig ist. Und sorgen Sie dafür, dass McNabb bis Myra kommt so viele Leute vom 128. wie möglich unter die Lupe genommen hat.« Nach kurzem Zögern wandte sie sich schulterzuckend zum Gehen. Außerdem wäre es nett, wenn Sie Rourke darüber informieren könnten, dass das Purgatorium bis Ende des Tages von uns freigegeben wird. Egal, ob er wegen seiner Sünden wahrscheinlich irgendwann geraume Zeit an diesem Ort verbringen müsste, war Rourke das Purgatorium zurzeit völlig egal. Wesentlich interessanter, wenn auch nicht wirklich überraschend, fand er, dass Don Webster auf ihn wartete, als er in seine Firma kam. Rourke Sekretärin, eine außergewöhnlich effiziente und umsichtige Person, erklärte ihm mit verschwörerisch lauter Stimme, »Ihr Terminkalender ist heute Morgen sehr ausgelastet. Trotzdem würde der Gentleman hier Sie gerne sprechen. Er sagt, er könnte nicht später noch mal wiederkommen, weil es dringend ist.« »Ist in Ordnung. Danke, Caro.« »Webster?« Er winkte in Richtung des Korridors, durch den man in sein Büro gelangte, und konnte sich eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen, als er die Schwellung unter dem rechten Auge und die aufgesprungene Lippe des Konkurrenten sah. Seine eigenen Rippen taten höllisch weh, doch das gäbe er nicht mal unter Folter zu. Er erreichte seinen Schreibtisch, blieb hinter ihm stehen, schob die Hände in die Hosentaschen, wippte auf den Fersen und fixierte sein Gegenüber. »Hat Ihnen die Runde gestern noch nicht genügt?« »Bestimmt nicht«, antwortete Webster, schüttelte jedoch, als Rorks Augen anfingen zu blitzen, entschieden mitseidiger seinem Kopf. »Leider muss ich jedoch auf eine Revanche verzichten. Ich sag es nur äußerst ungern, aber Sie hatten gestern Abend jedes Recht dazu, mich zu verprügeln.« »Das sehe ich genauso«, erwiderte Rork mit seidiger Stimme. »Und falls ich noch einmal erlebe, dass Sie Hand an meine Gattin legen, schneide ich Ihnen Ihre Pfoten ab. Das ist ein Versprechen.« Sie hätte mich schon selber zur Ressort gebracht, wenn Sie fünf Minuten später hereingekommen wären. Himmel, fünf Sekunden später hätten schon gereicht. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Eves Treue stand nie zur Diskussion. Okay. Ein Teil des Gewichts, das während der gesamten Nacht auf ihm gelastet hatte, fiel von Webster ab. Sie soll nämlich bloß nicht denken, dass Sie... Verdammt! Er raufte sich die Haare. »Wir haben ein berufliches Problem, und das habe ich mit einem persönlichen Problem vermischt. Einem Problem, das ich alleine habe.« Fügte er tapfer weiterhin zu. »Ich glaube, ich bin in Ihre Frau verliebt.« »Das ist tatsächlich ein Problem. Und ich muss Sie dafür bewundern, dass Sie so mutig sind, mir das offen ins Gesicht zu sagen.« Nachdenklich nahm Rock in seinem Schreibtisch-Sessel Platz, zog eine Zigarette aus einem eleganten Etui und sah Webster, als er seinen Blick bemerkte, mit hochgezogener Braue an. »Wollen Sie auch eine?« »Meine letzte Zigarette habe ich vor fünf Jahren, drei Monaten und... Ich glaube, sechsundzwanzig Tagen geraucht. An die genaue Uhrzeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach, was soll's.« Er nahm einen Glimmstängel, steckte ihn sich an und inhalierte derart tief, bis er beinahe schielte. »Ich kenne Sie nicht persönlich,« sagte er dann zu Rock, »aber ich habe schon viel von Ihnen gehört.« »Andersherum gilt das Gleiche. Dachten Sie, Eve hätte mir nicht erzählt, dass sie einmal mit Ihnen im Bett gewesen ist?« Schulterzuckend setzte Webster sich auf einen Stuhl. »Es hat ihr nichts bedeutet. Das wusste ich damals, und das weiß ich immer noch. Ich weiß, was für einen Ruf Sie haben, Rock. Wenn Sie mich fertig machen wollen, werden Sie das tun. Darauf bin ich gefasst. Aber ich möchte um jeden Preis vermeiden, dass auch Dallas Ihren Zorn zu spüren bekommt.« »Wenn Sie wüsste, dass Sie sich derart schützend vor Sie stellen, würde Sie Ihnen einen Tritt verpassen, dass Ihnen die Eier zum Hals rauskullern würden. Das ist Ihnen doch wohl klar.« Zum ersten Mal seit seinem Auftauchen verzog Webster seinen Mund zu einem schmalen Lächeln und fluchte, als seine aufgeplatzte Lippe anfing wie Feuer zu brennen, leise auf. »Tja, nun«, vorsichtig betastete er seine Verletzung. »Wenn ich einen Bock schieße, soll zumindest niemand anders dafür leiden.« Was auch immer Sie von mir gehört haben, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht der Typ bin, der sich an einer Frau vergreift, vor allem, wenn sie nichts anderes getan hat, als sie selbst zu sein. Ihm fiel die rüde Art ein, in der er noch vor ein paar Stunden mit Eve umgesprungen war, doch dächte er darüber besser zu einem anderen Zeitpunkt weiter nach. »Und wenn ich sie fertig machen würde, wäre Eve sehr unglücklich. Dieses Risiko nehme ich eventuell durchaus im Kauf, nur gibt es dafür aus meiner Sicht nicht den geringsten Grund.« Webster musterte ihn scharf. »Sie sind überhaupt nicht so, wie ich erwartet hatte.« »Ich könnte bestimmt so sein.« »Was sein könnte, ist egal.« Webster unterdrückte einen Seufzer, zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und blies den Rauch vorsichtig aus. »Was zählt, ist das, was ist.« »Daran« Er klopfte vorsichtig auf seine violettverfärbte Wange. »Musste ich erinnert werden.« Er drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus, stand auf und streckte eine Hand über den Tisch. »Danke, dass Sie mich empfangen haben.« Rock erhob sich ebenfalls. Völlig überraschend schwankte er auf einmal zwischen Mitgefühl und ehrlichem Respekt und so nahm er lächelnd die ihm gebotene Hand. »Ich habe eine verdammte Rippenprellung, die so groß wie ein Suppenteller ist, und meine Niere fühlt sich an, als hätte jemand mit einem großen Backstein draufgehauen.« Trotz seiner aufgeplatzten Lippe verzog Webster seinen Mund zu einem Grinsen. »Danke«, er wandte sich zum Gehen, drehte sich in der Tür jedoch noch einmal um. »Sie und Dallas passen wirklich super zueinander. Himmel, sie sind wie füreinander geschaffen.« »Das stimmte«, dachte Rock, als der Polizist die Tür hinter sich schloss. »Auch wenn das häufig nicht gerade komfortabel für sie beide war.« Nachdem ihm Eve Bericht erstattet hatte, explodierte Whitney nicht, stand aber kurz davor. »Können Sie diese Behauptung beweisen?« »Nein, Sir, bisher leider noch nicht. Aber meine Informationen sind korrekt. Ich habe sie von jemandem, der hundertprozentig zuverlässig ist.« »Dürfte ich netterweise erfahren, wer dieser jemand ist?« Die Antwort fiel ihr alles andere als leicht. »Bedauere, Sir, aber es ist mir leider nicht möglich, den Namen meines Informanten zu enthüllen.« »Himmel, ich bin keiner dieser gottverdammten Journalisten, Dallas.« »Commander, ich wurde vertraulich über diese Dinge informiert. Es steht mir frei, die Informationen zu verwenden, aber ich kann nicht sagen, wer sie mir gegeben hat.« »Wenn das so ist, wird es schwer für mich, den Typen von der Dienstaufsicht Feuer unterm Arsch zu machen. Das ist ihnen doch wohl klar.« »Das tut mir leid.« »Wenn ich sie mit dieser Sache konfrontiere.« Fuhr er fort und trommelte dabei nervös mit den Fingern auf der Schreibtischplatte herum. »Streiten Sie wahrscheinlich alles ab. Selbst mich weihen Sie bestimmt nicht ohne weiteres in die Geschichte ein.« Er lehnte sich zurück, kniff die Augen zusammen und erklärte, »Politik ist ein ziemlich schmutziges Geschäft, aber ich kenne mich aufgrund meiner Arbeit bestens damit aus.« »Ja, Sir.« Eve erlaubte sich den Hauch von einem Lächeln. »Das tun Sie.« »Wahrscheinlich wird man von allerhöchster Stelle einen Bericht von Ihnen haben wollen, Lieutenant.« spielte er auf den Polizeipräsidenten an. »Auf alle Fälle bringe ich die Sache erst einmal ins Rollen.« »Ich stehe jederzeit für weitere Gespräche zur Verfügung, Commander. Bis es jedoch soweit ist und bis dieser Aspekt meiner Ermittlung zu unserer aller Zufriedenheit geklärt ist, arbeiten ich und meine Leute von meinem Büro bei mir zu Hause aus.« Er nickte, griff nach seinem Link und erquerte, »Sie können gehen.« Als sie durch die Garage zu ihrem Wagen lief, hetzte Officer Carmichael hinter ihr her. »Ich habe hier etwas, was Sie möglicherweise interessiert. Ich habe die meisten Zeugen, die auf meiner Liste standen, durch, und eine der Serviererinnen hat mir was erzählt, was eventuell von Bedeutung für sie ist.« »Was?« »Sie scheint irgendwann mal wegen kleinerer Betrügereien festgenommen und verurteilt worden zu sein. Keine großen Sachen, im Grunde eher banales Zeug. Aber seither hat sie einen ausgeprägten Riecher für Polizisten, hat sie mir erklärt. Sie behauptet, sie hätte gewusst, dass Koli bei der Truppe war, hätte sich aber nichts weiter dabei gedacht. Und auch über den anderen Bullen, der ab und zu vorbeikam und sich ein paar Whisky Sour an der Theke genehmigt hat, hätte sie sich nie irgendwelche Gedanken gemacht. »Was für ein anderer Bulle!« »Tja«, meinte Carmichael und sah sie grinsend an. Genau das habe ich sie gefragt und bekam als Antwort, dass der andere Bulle eine attraktive blonde Frau gewesen ist. Als ich es etwas genauer wissen wollte, habe ich eine ziemlich gute Beschreibung von Captain Roth vom 128. Revierer. »Verdammt!« »Das meine ich ebenfalls. Die Beschreibung hätte auf hunderte von Frauen zutreffen können, aber irgendetwas hat bei mir geklingelt und deshalb habe ich dem Mädel ein paar Bilder hingelegt. Und zack, hat sie sofort Roths Foto rausgefischt.« »Danke. Behalten Sie diese Sache bitte noch für sich, okay?« »Kein Problem. Ich wollte gerade die Aufnahme von dem Gespräch auf Ihren Schreibtisch legen.« Carmichael zog eine Diskette aus der Tasche und hielt sie Eve hin. »Gut. Nochmals. Vielen Dank.« Eve steckte die Diskette ein und entschied, dass es an der Zeit wäre für eine kurze Stippvisite auf dem unseligen 128. Revier. »Peabody?« rief sie ihre Assistentin an. »Suchen Sie sämtliche Informationen über Roth zusammen und graben Sie so tief wie möglich. Sie brauchen nicht diskret zu sein. Ich will sogar, dass sie was merkt.« »Zu Befehl, Madame. Mit Dr. Myra habe ich gesprochen. Sie ist um 10.30 Uhr hier. Ich werde versuchen, Sie nicht warten zu lassen. Also beschaffen Sie sich die Informationen über Roth und, wie gesagt, machen Sie dabei ruhig jede Menge Lärm.« Auf dem 128. Revier nahm man Eve mit feindseligen Blicken, missmutigem Murmeln und von Seiten eines der Beamten sogar mit despektierlichem Grunzen in Empfang. Statt diese Gehässigkeiten zu ignorieren, baute sich Eve lächelnd vor dem Schreibtisch des einen einfallsreichen Kollegen auf. »Sie haben echtes Talent, Detective. Kann man Sie für Feste als Entertainer mieten?« Er funkelte sie böse an. »Ich habe Ihnen nichts zu sagen.« »Das ist gut so, weil ich nämlich von Ihnen gar nichts wissen will.« Sie sah ihm so lange ins Gesicht, bis er verlegen ihrem Blick auswich und marschierte dann zufrieden weiter in Captain Roths Büro. Es war ein sicher schwer verdienter, großer Raum mit Fenstern nach zwei Seiten, einem soliden Schreibtisch und einer saftig grünen Kletterpflanze auf dem Fensterbrett. Als sich die Blicke beider Frauen durch die Glastür trafen, sprang der Captain auf. »Wie können Sie es wagen, ohne mein Wissen Einsicht in meine Personalakte zu nehmen?« fauchte Roth, nachdem Eve ohne anzuklopfen eingetreten war. »Damit sind Sie eindeutig zu weit gegangen, Lieutenant.« »Eventuell sind ja auch Sie es, die zu weit gegangen sind.« Eve schloss die Tür hinter sich. »Wovor haben Sie Angst? Was könnte ich denn in der Akte finden, was peinlich für Sie ist?« »Ich habe keine Angst. Ich bin lediglich wütend. Es ist eine Frage guten Stils, mich zu fragen, ob ich mit der Einsicht in meine Akte einverstanden bin. Aber auf guten Stil scheinen Sie in dem Versuch, meine Abteilung in den Dreck zu ziehen, ja gänzlich zu verzichten. Ich werde ihr Benehmen nicht nur Commander Whitney melden, sondern damit bis ganz oben, bis zum Polizeipräsidenten gehen.« »Das können Sie natürlich tun. Genauso wie es mir freisteht, als Ermittlungsleiterin in zwei Mordfällen zu fragen, weshalb Sie mir bisher verschwiegen haben, dass Sie mehr als einmal bei Detective Coley im Purgatorium gewesen sind.« Roth zuckte zusammen. »Da hat man Sie falsch informiert.« »Das glaube ich nicht. Entweder wir reden hier und jetzt über diese Sache, Käpt'n, oder auf dem Hauptrevier. Zum Zeichen dafür, dass ich weiß, was guter Stil ist, überlasse ich diese Entscheidung ganz alleine Ihnen. »Falls Sie sich einbilden, ich ließe mich von Ihnen ruinieren. Haben Sie sich eindeutig geirrt.« »Falls Sie sich einbilden, Sie könnten sich hinter Ihrem Rangabzeichen verstecken, sind Sie es, die sich irrt.« »Wo waren Sie in der Nacht, in der Detective Coley ermordet worden ist?« »Auf derart beleidigende Fragen brauche ich Ihnen nicht zu antworten.« »Oh doch, wenn ich Sie offiziell vernehme, schon. Und das werde ich, wenn Sie nicht mit mir reden, hundert Prozent und zog nicht tun.« »In der Nacht, in der Coley ermordet worden ist, war ich noch nicht mal in der Nähe des Purgatoriums.« »Beweisen Sie es.« »Fahren Sie zur Hölle!« Roth kam hinter ihrem Schreibtisch hervormarschiert und zog die Sichtblenden vor Tür und Fenstern zu. »Wo ich in der Nacht gewesen bin, geht sie nicht das Geringste an.« »Solange es um einen Mordfall geht, geht mich alles etwas an. Ich bin Polizistin, Lieutenant, und zwar eine gute. Besser hinter einem Schreibtisch als draußen auf der Straße, aber trotzdem wirklich gut. Dass ich ab und zu etwas im Purgatorium getrunken habe, hat mit Coley's Tod oder meiner Position als Käpt'n dieses Reviers nicht das Mindeste zu tun.« »Warum haben Sie mir diese Information dann vorenthalten?« »Weil ich nichts trinken soll,« gab Roth errütend zu. »Ich habe ein Alkoholproblem und habe bereits einen Entzug gemacht, aber da bin ich sicher sowieso schon.« Murmelte sie, kehrte zurück hinter ihren Schreibtisch und nahm wieder Platz. »Wenn bekannt wird, dass ich einen kleinen Rückfall hatte, kostet mich das womöglich meinen Job. Als ich das erste Mal ins Purgatorium gegangen bin, hatte ich keine Ahnung, dass Coley dort als Theker jobbt. Danach ging ich wieder hin, weil es so schön war, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich habe Ihnen nichts davon erzählt, weil es nicht von Bedeutung war. »Sie wissen, dass das nicht stimmt, Käpt'n.« »Also gut, verdammt. Ich habe nichts erzählt, weil ich mich schützen wollte. Warum schließe ich nicht?« Roth saß kerzengerade hinter ihrem Schreibtisch und verteidigte ihr Revier. Sie würde alles Erforderliche tun, um nicht zu verlieren, was von ihr lange, harte Arbeit mühsam errungen worden war. »Ich weiß, dass Sie versuchen zu beweisen, dass Coley und Mills korrupt gewesen sind, aber in Bezug auf mich beweisen Sie das nicht.« Auf den Konten ihres Mannes hat es in den letzten Monaten einige beachtliche Einzahlungen gegeben. »Gottverdammt! Ich rufe meinen Anwalt an!« Sie griff nach dem Link, ballte dann aber die Faust, rang mühsam um Beherrschung und erklärte heiser, »Wenn ich das tue, wird das Ganze offiziell.« »Sie haben mich also in der Hand.« Sie atmete tief ein und hörbar wieder aus. »Vor ein paar Monaten kam mir der Verdacht, dass mich mein Mann betrügt. Die Zeichen waren nicht zu übersehen. Er war ständig abgelenkt, hatte kein Interesse mehr an mir, kam immer später heim und vergaß sogar Verabredungen mit mir. Ich habe ihn zur Rede gestellt, und er hat es geleugnet. Manche Männer haben das Talent, einem die Worte so lange im Mund herumzudrehen, bis man selbst im Unrecht ist, selbst wenn man weiß, dass das nicht stimmt. Tja, Lieutenant, meine Ehe ging den Bach hinunter, und ich konnte nichts dagegen tun. Sie sind Polizistin, eine Frau, verheiratet. Sie wissen also selbst, wie schwer es manchmal für uns ist. Eve gab ihr keine Antwort, doch das erwartete Roth anscheinend auch nicht. Ich war erschöpft, reizbar, ständig abgelenkt. Ich dachte, es wäre doch bestimmt nicht schlimm, wenn ich zur Beruhigung ein, zwei Gläschen trinke. So endete ich im Purgatorium. Pauli stand hinter der Bar. Wir beide taten so, als wäre es völlig normal, dass wir uns dort trafen. Mit meiner Ehe ging es weiter bergab. Außer, dass mich mein Mann betrog, hatte er zudem heimlich Geld von unserem Konto abgehoben und auf die Seite geschafft. Ehe ich ihn daran hindern konnte, hatte er mich finanziell in den Ruin sowie gleichzeitig erneut in den Alkohol getrieben und dadurch dafür gesorgt, dass meine Arbeitsleistung gleichfalls zu wünschen übrig ließ. Vor ungefähr zwei Wochen habe ich mich endlich am Riemen gerissen, diesen verlogenen Bastard vor die Tür gesetzt und mich in einer ambulanten Reha-Klinik angemeldet. Allerdings habe ich das nicht gemeldet, was, wenn eventuell nicht weiter schlimm, so doch ein Verstoß gegen die Vorschriften ist. Seitdem bin ich nicht mehr im Purgatorium gewesen und habe auch Detective Pauli nicht nochmal außerhalb der Dienstzeiten gesehen. Captain Roth, ich kann Ihre persönlichen Probleme durchaus nachvollziehen, aber trotzdem muss ich wissen, wo Sie in der Nacht, in der Pauli ermordet worden ist, gewesen sind. Bis Mitternacht war ich auf einem Treffen der anonymen Alkoholiker in einem Gemeindehaus in Brooklyn. Sie verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln. Dort besteht kaum die Gefahr, jemanden zu treffen, den ich kenne. Deshalb habe ich extra diesen Versammlungsort gewählt. Danach habe ich noch mit ein paar anderen Teilnehmern einen Kaffee getrunken und weiter Erfahrungen ausgetauscht. Dann bin ich gegen zwei allein nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt. Ich habe also keinerlei Alibi für die fragliche Zeit. Sie sah Eve in die Augen. Nichts von dem, was ich Ihnen erzählt habe, kann gegen mich verwendet werden, denn Sie haben mich nicht über meine Rechte aufgeklärt. Und wenn Sie es wagen sollten, mich tatsächlich offiziell zur Vernehmung vorzuladen, Lieutenant, mache ich es Ihnen sehr schwer. Falls ich Sie tatsächlich offiziell vernehme, Captain, kann ich Ihnen versprechen, dass es dann für Sie deutlich schwerer wird. Sie brauchte Zeit, um alles gründlich zu überdenken und zu prüfen, welches Muster diese Fülle an neuen Erkenntnissen ergab. Außerdem war sie sich noch nicht klar darüber, ob sie allen Ernstes die Karriere einer anderen Polizistin ruinieren wollte, bevor sie sicher wusste, dass diese nicht nur einfach nachlässig gewesen war. Gleichzeitig jedoch hatte sie die Befürchtung, dass sie wegen der Probleme in ihrer eigenen Ehe womöglich allzu mitfühlend war. Sie würde das Gespräch mit Dr. Myra führen, sämtliche neuen Informationen in den Computer einspeisen und von ihm berechnen lassen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die ehrgeizige Captain als Täterin infrage kam. Sie ginge in der Sache also streng nach Vorschrift vor. Als sie ihr Büro betrat, sah sie, dass die Psychologin bereits in einem Sessel in dem inzwischen wieder aufgeräumten Zimmer saß. Peabody und McNabb hatten einander die Rücken zugewandt und gaben eifrig Daten in ihre jeweiligen Computer ein. Tut mir leid, dass ich sie habe warten lassen, sagte sie zu Dr. Myra. Kein Problem. Dr. Myra stellte ihre Tasse mit, wie Eve annahm, Kräutertee neben sich auf den Tisch. Peabody hat mir bereits erklärt, dass es bei ihnen etwas später werden könnte. Macht es ihnen etwas aus, wenn wir unser Gespräch in einem anderen Zimmer führen? Nicht das geringste. Elegant wie gewohnt in einem gut geschnittenen, lindgrünen Kostüm erhob sich Dr. Myra. Ich lerne gerne neue Teile ihres Heims kennen. Obwohl sie nicht sicher wusste, ob der Raum für ein berufliches Gespräch angemessen war, führte Eve die Ärztin in einen der Salons. Myra seufzte, als sie durch die Tür trat, wohlig auf. Was für ein wunderbarer Raum! Freute sie sich beim Anblick der eleganten Möbel, des blankpolierten Holzes und des schimmernden Glases. Meine Güte, Eve! Ist das da drüben etwa ein Monet? Eve warf einen Blick auf das Gemälde. Die weichen, ineinander fließenden Pastellfarben stellten einen Garten dar. Ich hab keine Ahnung. Natürlich ist es das! Erklärte Myra und trat bewundernd vor das Bild. Oh, ich beneide sie um ihre Kunstsammlung. Sie gehört nicht mir. Myra wandte sich ihr lächelnd zu. Trotzdem bin ich neidisch. Darf ich mich setzen? Ja, sicher. Tut mir leid. Außerdem tut es mir leid, dass ich ihnen in so kurzer Zeit so viel Arbeit aufgezwungen habe. Wir sind es beide gewohnt, unter Druck zu arbeiten. Diese Morde haben bei der Polizei hohe Wellen geschlagen, wenn ich es mal so formulieren darf, und es ist bestimmt nicht leicht, wenn man diejenige ist, die diese Wellen schlägt. Das ist mein Job. Ja. Aber das war noch nicht alles, ging es Dr. Myra durch den Kopf. Sie kannte Eve zu gut, um die kleinen Zeichen von Anspannung zu übersehen. Aber darauf spreche sie sie besser zu einem anderen Zeitpunkt an. Ich stimme mit ihrer Analyse überein, dass beide Männer ein und demselben Täter zum Opfer gefallen sind. Ungeachtet der unterschiedlichen Methoden geht er nach einem ganz bestimmten Muster vor. Die Münzen, die Opfer selbst, die Brutalität und die profunden Kenntnisse des Täters im Sicherheitsbereich sind in beiden Fällen gleich. Es ist jemand von der Truppe, erklärte Eve, oder jemand, der einmal dabei gewesen ist. Höchstwahrscheinlich, ja. Ihr Killer ist wütend, aber kontrolliert genug, um sich dadurch zu schützen, dass er mögliche Beweismittel entfernt. Der Zorn, den er verspürt, ist persönlicher Natur. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, er ist regelrecht intim. Was ihre These weiter untermauert, dass er ein Kollege ist. Hat er die beiden ermordet, weil er dachte, dass sie nicht sauber sind, oder weil er selbst nicht sauber ist? Ich glaube ersteres. Dies waren keine Akte des Selbstschutzes, sondern eindeutig der Rache. Ihr Killer geht systematisch vor und hat von sich den Eindruck, der Gerechtigkeit zu dienen. Er hat seine Opfer als Judasse gebrandmarkt, weil er ihre Brechen öffentlich machen will. Warum hat er sie dann nicht schlicht gestellt? Er hätte genügend Beweise gegen die beiden zusammengebracht. Das hat ihm nicht gereicht. Der Verlust des Jobs, die Entehrung, haben ihm nicht genügt. Das wäre zu leicht gewesen. Er hat sie selbst bestrafen müssen. Er oder sie wurde wahrscheinlich selbst zu irgendeinem Zeitpunkt, vermutlich im Rahmen seiner Arbeit, auf eine Art bestraft, die er als ungerecht empfunden hat. Vielleicht wurde ihm fälschlicherweise irgendein Vergehen zur Last gelegt. Das System hat ihn im Stich gelassen und jetzt kann er ihm nicht mehr trauen. Die beiden haben ihn oder sie gekannt? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Nicht nur, weil die beiden Opfer auf den Angriff offenbar nicht im Geringsten vorbereitet waren, sondern weil, aus psychologischer Sicht, die persönliche Verbindung den Zorn des Täters noch gesteigert hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit ihrem Mörder zusammengearbeitet haben. Vielleicht ist irgendetwas, was sie getan haben, zumindest aus der Sicht des Täters, für das Unrecht verantwortlich gewesen, das ihm widerfahren ist. Wenn sie ihren Täter finden, Yves, werden sie wissen, welche Art seine Beziehung zu den Opfern war. Haben sie den Eindruck, dass er eine Autoritätsperson ist? Wenn man bei der Polizei ist, genießt man automatisch eine gewisse Autorität. Ich meine, ob er Befehlsgewalt besitzt. Möglich, aber das ist nicht das Ausschlaggebende in diesen Fällen. Seine Überzeugung, das Richtige zu tun, rührt von seinem Zorn her. Und sein Zorn zumindest teilweise von seiner Enttäuschung über ein System, das er repräsentiert. Ein System, das ebenso seine Opfer zu repräsentieren geschworen haben. Das System hat ihn im Stich gelassen, und jetzt rächt er sich dafür. Aber was wirft er ihm vor? Das andere von den Mängeln des Systems haben profitieren können, während gleichzeitig er selbst aufgrund von diesen Mängeln irgendwas verloren hat. Yves nickte, weil ihr Dr. Myras These als durchaus zutreffend erschien. Sie wissen, dass wir den Verdacht haben, dass es auf dem 128. Revier gravierende Probleme gibt. Wir gehen beispielsweise davon aus, dass es von dort eine Verbindung zum organisierten Verbrechen, das heißt, zu Max Ricker, gibt. Ja, das steht bereits in ihrem Bericht. Ich muss Ihnen sagen, Dr. Myra, dass inzwischen feststeht, dass Detective Coley sauber war und im Rahmen einer Operation der Dienstaufsichtsbehörde zur Aufdeckung möglicher Korruptionsfälle in seiner Abteilung verdeckt ermittelt hat. Ich habe keine Ahnung, ob der Killer bereits weiß, dass Coley sauber war, glaube es aber nicht. Wie wird er Ihrer Meinung nach darauf reagieren, wenn er es erfährt? Dr. Myra erhob sich von ihrem Platz. Ihre Ausbildung und ihre Position machten es erforderlich, die Dinge aus der Sicht des Mörders zu betrachten. Während sie dies tat, trat sie vor die breite Fensterfront und blickte in den Garten, in dem ein regelrechtes Meer aus pinkfarbenen Tulpen in der sanften Brise wippte. Die weichgeschwungenen Formen der ausgedehnten Rasenfläche, der Büsche und der Bäume, sowie die sanften Farben gingen genauso fließend ineinander über wie auf dem Ölgemälde von Monet. Nichts war tröstlicher, kam es ihr in den Sinn, als ein sorgsam angelegter Garten. Anfangs wird er es nicht glauben. Er ist ja kein Killer, sondern dient ausschließlich der Gerechtigkeit. Wenn er es nicht länger leugnen kann, wird er wütend werden. Das wird seine Rettung sein. Wieder einmal hat ihn das System betrogen und dafür gesorgt, dass er einem unschuldigen Menschen das Leben genommen hat. Jemand muss dafür bezahlen. Vielleicht jemand von der Dienstaufsichtsbehörde, wo alles angefangen hat. Vielleicht aber auch sie, Eve, meinte Dr. Myra und wandte sich ihr wieder zu. Weil ihm von ihnen, wenn auch nur indirekt, die Augen für dieses Grauen geöffnet worden sind. Jetzt muss er nicht mehr nur sich selber rächen, sondern zusätzlich Coli. Kurz nachdem er hören und akzeptieren wird, dass Coli sauber war, wird er den nächsten Mord begehen. Und er wird weitermorden, Eve, bis man ihn erwischt. Wie kann ich ihn dazu bewegen, dass er mich als Zielperson auswählt? Dr. Myra kehrte zurück an ihren Platz, setzte sich wieder und fragte Eve. Glauben Sie, selbst wenn ich eine Antwort auf diese Frage hätte, vor allem, würde ich sie Ihnen geben? Es ist besser, seine Zielperson zu kennen, als auf bloße Vermutungen angewiesen zu sein. Ja, ich kann mir denken, dass Sie das so sehen, erklärte Dr. Myra ihr ruhig. Vor allem, wenn Sie dafür sorgen können, dass Sie selbst das potenzielle nächste Opfer sind. Aber Sie können seine Gedanken nicht manipulieren, Eve. Er folgt einer völlig eigenen Logik. Er hat sich sein nächstes Opfer längst ausgesucht. Wenn er erfährt, dass Coli sauber war, wird er seine Pläne jedoch möglicherweise ändern. Erst wird er ein wenig trauern, dann aber dafür sorgen wollen, dass es einen gerechten Ausgleich für diesen Irrtum gibt. Unzelte die Stirn. Er hat also ein Gewissen? Ja, und Coli wird sicher darauf lasten. Colis Tod wird ihn sehr viel kosten, aber ich kann nicht voraussehen, wem er die Schuld an dieser Sache geben wird. Warum in aller Welt versucht er nicht, Max Ricker aus dem Verkehr zu ziehen? Vielleicht wird er das ja noch tun, aber erst räumt er in seinen eigenen Reihen auf. Wie schützt man jeden einzelnen Beamten eines ganzen Reviers und findet gleichzeitig heraus, wer von diesen Leuten möglicherweise Dreck am Stecken hat, murmelte Eve nachdenklich. Und wie stellt man es an, wenn man in den Augen genau dieser Beamten ihre Feinde nässt? Ist es das, was Ihnen Sorgen macht, dass Sie in den Augen Ihrer eigenen Leute möglicherweise eine Verräterin sind? Nein. Sie tat diesen Gedanken mit einem Schulterzucken ab. Nein, damit komme ich zurecht. Gut. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht über den Täter sagen, aber eventuell erzählen Sie mir noch, was Ihnen momentan zu schaffen macht. Mir geht zurzeit sehr viel durch den Kopf. Eve stand auf. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und extra hierher gekommen sind. Ich weiß, dass das für Sie ein großer Umstand war. Doch Eve war nicht der einzige Dickschädel im Raum. Setzen Sie sich wieder hin. Ich bin noch nicht fertig. Etwas überrascht von Dr. Myras plötzlich autoritären Ton plumpste Eve tatsächlich wieder in den Sessel. Sie haben gesagt, ich habe gesagt, dass Sie mir erzählen sollen, was Ihnen zu schaffen macht. Sie sind unglücklich und abgelenkt. Und ich nehme an, der Grund dafür ist persönlicher Natur. Wenn dem so ist, erklärte Eve kühl, dann gehört es nicht hierher. Sind die Albträume schlimmer geworden? Kehrt die Erinnerung zurück? Nein! Verdammt! Es hat nichts mit meinem Vater und meiner Vergangenheit zu tun. Und vor allem ist es meine ganz private Angelegenheit. Eines sollte Ihnen klar sein. Sie liegen mir sehr am Herzen. Dr. Myra, seien Sie still! Auch wenn sie mit warmer, netter Stimme sprach, ließ sie keine Widerrede zu. Und zwar Sie persönlich. Selbst wenn Ihnen das womöglich nicht gefällt, sind Sie für mich so etwas wie eine zweite Tochter. Es ist wirklich bedauerlich, dass Ihnen das peinlich ist, erklärte sie in mildem Ton, als sie Eves verlegene Miene sah. Sie kennen meine Kinder nicht, aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie ihnen erzählen würden, dass ich gnadenlos sein kann, wenn es um ihr Wohlergehen geht. Auch wenn ich mir die größte Mühe gebe, mich nicht in ihre Leben einzumischen, will ich zumindest wissen, was der Grund ist, wenn sie unglücklich sind. Eve war total verblüfft, und eine Unzahl von Gefühlen schnürte ihr mit einem Mal regelrecht die Kehle zu. Sie hatte keine Mutter, hatte nicht mal eine vage Erinnerung an sie, und war deshalb dem Angebot dieser Frau völlig hilflos ausgeliefert, die sie freundlich lächelnd ansah und offenbar fest entschlossen war, Ersatzmutter für sie zu sein. Ich kann nicht darüber reden. Natürlich können sie. Wenn es nicht ihre Vergangenheit betrifft, dann ja wohl die Gegenwart. Und wenn es persönlich ist, geht es eindeutig um Rourke. Hat es irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen ihnen gegeben? Auf diesen zahmen, zivilisierten Ausdruck reagierte Eve abermals völlig überraschend. Sie fing an zu lachen, und lachte so lange, bis sie sich die Seiten halten musste, und schockiert bemerkte, dass ihr Lachen einem Schluchzen gefährlich nahe kam. Ich weiß nicht, was es zwischen uns gegeben hat. Ich weiß nur, dass er kaum noch mit mir spricht. Eve Dr. Myra griff nach ihrer Hand, und diese mitfühlende Geste brach den letzten Damm. Angefangen mit dem Abend, als Somerset bei ihrer Heimkehr mit dem riesengroßen Blumenstrauß durchs Schlafzimmer gestolpert war, sprudelte die ganze Geschichte regelrecht aus ihr heraus. Und dann war ich bei Mavis, fuhr sie von Schluchzern unterbrochen fort, und hab mich betrunken. Das klingt ziemlich dämlich, aber… Ganz im Gegenteil, das klingt durch und durch vernünftig. Sie sind zu einer engen Freundin gefahren, die sie beide kennt, und selbst in einer festen, monogamen, liebevollen Beziehung lebt. Dass sie sich betrunken haben, war nur ein Ventil, aber mit ihr darüber zu reden, war ein durchaus guter Weg. Sie meinte, ich sollte… Eve brachte es nicht über sich, Mavis Ratschlag wortwörtlich zu wiederholen. Ihn… verführen… Was ebenfalls durchaus vernünftig klingt. Sex entspannt und öffnet die Türen zur Kommunikation. Aber es hat offenbar nicht funktioniert. Ich hab gar nicht erst die Chance bekommen, es zu probieren. Jemand, dessen Namen ich nicht nennen darf und der nicht nur zu dem Fall, sondern auch zu mir eine Verbindung hat, stand draußen vor der Tür. Ich hab ihn mit in mein Büro genommen, um über den Fall zu sprechen, und… Himmel, ich hab keine Ahnung, was plötzlich in ihn gefahren ist. Ich nehme an, man könnte sagen, er hat sich mir genähert, und gerade als ich ihn rüde in seine Schranken verweisen wollte, kam Rog… Oh je, ich nehme an, er war alles andere als erfreut. Abermals war Eve verblüfft. Sie hatte die Befürchtung, sie finge nochmals an zu lachen und könnte dann nie wieder aufhören. So könnte man es formulieren. Es kam zu einem Wortwechsel, und dann sind die beiden aufeinander losgegangen. Das Schlimmste daran war, dass ich im ersten Augenblick wie betäubt nur daneben stand. Möbel sind zu Bruch gegangen, Blut ist gespritzt, und ich stand wie betäubt da. Aber ich nehme an, nicht lange. Nein, aber trotzdem. Na ja, und dann hab ich meine Waffe gezogen. Gütiger Himmel, Eve. Sie war ganz niedrig eingestellt. Sie zuckte mit den Schultern. Ich hab einen Warnschuss abgegeben, aber den hat Rog schlicht ignoriert. Und unglücklicherweise hat der andere Typ den Kopf gedreht, und in derselben Sekunde hat Rog ihm einen furchterlichen Kinnhaken verpasst. Anschließend hat Somerset ihn rausgebracht, und ich habe Rog gesagt, wenn er sich nicht abregt, schieß ich nochmal. Und ich hätte es getan. Da bin ich mir sicher. Aber das war ihm anscheinend egal. Er hat mich in eine Ecke des Raums gedrängt, und ich konnte nichts. Und dann hat er... Dann... Oh. Myra hatte das Gefühl, als flatterten mit einem Mal ein paar Schmetterlinge in ihrem Magen herum. Verstehe. Nein, nein, er hat mich nicht geschlagen, oder so. Das hab ich auch nicht gedacht. Er hat sie verführt. Nein, das trifft es nicht ganz. Er hat mich einfach genommen. Das wollte ich nicht zulassen. Ich hab mir gesagt, das ließ ich nicht mit mir machen, aber... Verdammt, ich war erregt, und das hat er gewusst. Und dann hat er mir die Kleider vom Leib gerissen, und wir haben ein bisschen miteinander gerungen, und dann lagen wir plötzlich auf dem Boden, und... Ich hab ihm die Kleider vom Leib gezerrt, und wir haben uns wie zwei wilde Tiere oder sowas übereinander hergemacht. Ich konnte weder ihn noch mich selber daran hindern, was ich im Grunde auch nicht wollte, denn... Oh, Himmel, ich war so heiß. Ich hätte mich bei lebendigem Leib von ihm fressen lassen. Yes, sir, brach es aus Dr. Myra heraus. Ich hätte Ihnen das nicht erzählen sollen. Vor lauter Verlegenheit kniff Eve die Augen zu. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Nein, nein, meine Liebe. Das war eine ziemlich unprofessionelle Reaktion, für die ich Sie um Verzeihung bitten möchte. Aber sie war einfach weiblich. Und Ihr eigener Mann würde von den Folgen dieses vertraulichen Gesprächs sicher profitieren, dachte sie vergnügt. Ich hab mich nicht nur einfach von ihm nehmen lassen, sondern ihm auch noch dabei geholfen. Ich hab es genossen. Unglücklich blickte sie auf ihre leeren Hände. Das ist doch wohl eindeutig krank. Vielleicht wäre es krank, wenn Sie es nicht genossen hätten, was Sie eben gerade beschrieben haben. Es zu genießen ist hingegen vollkommen gesund. Sogar sehr gesund, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, eh. Sie beide lieben einander und leidenschaftlicher Sex... Das Wort leidenschaftlich drückt es nur sehr unzureichend aus. Bitte, mehr kann ich nicht verkraften. Jetzt fing Dr. Myra an zu lachen. Sie und Rock sind zwei starke, sture, körperlich aktive Menschen und obendrein aufs Heftigste ineinander verliebt. Er war wütend auf sie, weil sie versucht haben, ihn auf eigene Gefahr zu schützen. Das wären sie andersherum genauso. Aber... Sie wissen genau, dass das so ist. Und sie wissen auch, dass sie es sofort noch einmal machen würden, ebenso wie er. Sie haben sein Ego angekratzt, und das nimmt kein Mann der Welt widerspruchslos hin. Und dann, bevor er diesen einen Schock überwunden hat, kommt er in ihr Büro und muss mit ansehen, wie ein anderer Mann ihnen Avancen macht. Er hätte doch wohl wissen müssen, dass ich nie im Leben... Natürlich hat er das gewusst. Aber dieser neuerliche Angriff auf sein Ego war eindeutig zu viel. Denken Sie kurz darüber nach. Und dann antworten Sie bitte ehrlich. Würden Sie wirklich wollen, dass er sich so etwas ohne jede Gegenwehr gefallen lässt? Dann atmete sie überrascht, weil sie sich plötzlich deutlich besser fühlte, auf. Nein, ich würde ganz bestimmt nicht wollen, dass er sich so etwas kommentarlos gefallen lässt. Natürlich nicht. Und seine Reaktion war alles andere als untypisch für ihn. Die Schlägerei mit seinem Konkurrenten hat sein Ego wieder aufgebaut. Er hat seinen Besitz verteidigt, Yves. Er hat deutlich zum Ausdruck gebracht, diese Frau gehört alleine mir. Das hat er auch gesagt, murmelte Yves. Natürlich hat er das. Denn schließlich gehören sie tatsächlich ihm, genau wie er ihnen. Und dann haben sie sich auch noch dazu vor ihm aufgebaut und mit einer Waffe auf ihn gezielt. Ach, was für ein Anblick muss das gewesen sein. Weshalb er im übertragenen Sinne ebenfalls eine Waffe gezogen hat. Yves Unterlippe fing sichtbar an zu zittern. Dr. Myra, ich finde das unglaublich roh. Trotzdem haben sie beide auf eine Weise reagiert, die natürlich für sie war. Indem sie auf eine raue, schweißtreibende Art miteinander geschlafen haben, die ohne jeden Zweifel für sie beide durchaus befriedigend gewesen ist. Das sollte man meinen, aber kaum bekamen wir nur ansatzweise wieder Luft, als er mich rüber ins Bett getragen und sofort noch mal von vorne angefangen hat. Dr. Myra betrachtete sie mit großen Augen. Folgt er einer bestimmten Diät? Nimmt er irgendwelche Vitamine? Yves merkte, dass sie anfing zu grinsen und zum ersten Mal an diesem Tag ließ die Anspannung ihrer Nackenmuskeln nach. Danke. Und trotz all der Screamer und der Eiscreme, die ich bei Mavis verschlungen habe, war mir heute Morgen nicht mal schlecht. Das ist ein eindeutiges Plus. Der Mann liebt sie mit allem, was er hat und was er ist, Yves. Das heißt, sie können ihn verletzen. Nehmen Sie sich die Zeit und sprechen Sie mit Ihrem Mann. Das werde ich. Ich muss zurück in meine Praxis. Jetzt stand Dr. Myra auf. Weil ich heute nämlich früher Feierabend machen und dann mein Mann nach allen Regeln der Kunst verführen will. Elegant und würdevoll wandte die Ärztin sich zum Gehen. Amüsiert sah Yves ihr hinterher. Doktor, ja, dass, ähm, dass Sie für mich die Mutter spielen wollen, das ist wirklich ungewohnt für mich, aber durchaus schön. Das ist es für mich ebenfalls. Auf Wiedersehen, Yves. Erfüllt mit neuem Schwung kehrte Yves zurück in ihr Büro und gab ihren beiden dort arbeitenden Helfern 20 Minuten frei. Als McNabb jedoch in Richtung ihrer Küchenzeile strebte, scheuchte sie ihn fort. Nein, unten, oben, draußen, wo Sie wollen, nur nicht hier bei mir. Ich will nämlich meine Ruhe haben, aber halten Sie sich von den Schlafzimmern fern, fügte sie, als sie das Blitzen seiner Augen sah, in rüdem Ton hinzu. Sie nahm hinter ihrem Schreibtisch Platz und kontaktierte Feene. Falls sie tatsächlich auf dem Präsidium Bericht erstatten müsste, hätte sie ihn gern dabei. Computer, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Captain Alan Roth in den beiden Mordfällen als Täterin infrage kommt? Einen Augenblick. Yves wanderte durchs Zimmer, während der Computer Daten und Zahlen miteinander verglich. Sie hatte wirklich neuen Schwung, dachte sie zufrieden. Sie war rastlos, energiegeladen und bereit, etwas zu tun. Sie dachte an Roth, die den verzweifelten Versuch unternommen hatte, Beruf und Privatleben erfolgreich miteinander zu verbinden und der mit der Zerstörung ihrer Ehe beinahe auch der Job entglitten war. Das wird mir nicht passieren. Sie würde dafür sorgen, dass es funktionierte, dachte sie. Und zwar beides zugleich. Berechnung abgeschlossen. Unter Einbeziehung der vorhandenen Daten beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Captain Roth die Morde begangen hat, 67,3%. Die Wahrscheinlichkeit war nicht besonders groß, ging es Yves durch den Kopf, aber ausgeschlossen war es nicht. Computer, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit unter Einbeziehung folgender zusätzlicher Informationen? Captain Roths neuerliches Alkoholproblem, das Scheitern ihrer Ehe und ihr finanzieller Engpass. Außerdem war Roth bekannt, dass das erste Opfer im Purgatorium gearbeitet hat und sie hat das Lokal in den Wochen vor dem Mord mehrere Male besucht. Das Ergebnis der Berechnung ist nur für mich allein bestimmt. Einen Augenblick. Die zusätzlichen Informationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit um 12,8 Prozentpunkte auf insgesamt 80,1 Prozent. Das sieht doch schon ganz anders aus. Damit stehen sie auf einem der oberen Plätze der Liste der bisherigen Verdächtigen, Captain. Wen haben wir noch? Bevor sie jedoch weitermachen konnte, klingelte ihr Link. Dallas? Martinez! Im Hintergrund herrschte ein unglaublicher Lärm. Flugzeuge und Straßenlärm, überlegte Yves. Martinez rief also offensichtlich nicht von dem Revier aus bei ihr an. Haben Sie was für mich? Es gibt Lücken in den Akten. Lücken, die nicht zu meinen eigenen Aufzeichnungen passen. Ich habe die Sache zurückverfolgt und alles überprüft, aber ich habe nicht herausgefunden, wer diese Veränderungen vorgenommen hat. Auf jeden Fall hat irgendjemand die Berichte, wenn auch möglichst unauffällig, so doch an mehreren Stellen manipuliert. Wenn ich eine Kopie von Ihnen bekomme, setze ich einen Freund, einen diskreten Freund, aus der Abteilung für elektronische Ermittlungen auf die Sache an. Er ist ein echter Spürhund. Er kriegt garantiert etwas raus. Ich möchte nicht, dass der Bericht auf dem offiziellen Weg über die Hauptwache an Sie geht. Dann schicken Sie ihn mir hierher nach Hause. Yves gab ihr ihre private E-Mail-Adresse durch. Okay. Hey, äh, ich dachte, Sie würden meine Bewacher abziehen. Das habe ich auch längst getan. Oh, wenn das so ist, hat jetzt offensichtlich jemand anderes die Kollegen auf mich angesetzt. Ich weiß sicher, dass es Polizisten sind, die mir an den Fersen kleben. Sie gehen nämlich genau nach Vorschrift vor. Tun Sie am besten so, als hätten Sie noch nichts davon bemerkt. Aber rufen Sie mich bloß nicht über eine offizielle Leitung auf der Wache an. Ich bin nicht naiv, Lieutenant. Ich weiß, wie man sich in einem solchen Fall verhält. Umso besser. Wenn Sie mit mir sprechen müssen, rufen Sie mich hier oder auf meinem privaten Handy an. Haben Sie was zum Schreiben? Sie gab die Nummern durch. Gehen Sie kein Risiko ein. Spielen Sie nicht die Heldin. Und trauen Sie niemandem über den Weg. Ganz sicher nicht. Nicht mal Ihnen. Fein, murmelte Yves, als das Gespräch beendet war. Dann passiert ihr nämlich mit ein bisschen Glück nichts. Sie ging die Ergebnisse von Peabody's Recherchen durch und stellte dabei fest, dass gegen drei weitere Beamte des 128. Reviers der Verdacht der Korruption bestand. Um sich einen Eindruck von den Leuten zu verschaffen, rief sie Passfotos von ihnen auf und fing an zu lächeln, als sie eins der Bilder sah. Aber hallo, wenn das nicht der grunzende Detektiv ist. Jeremy K. Vernon. Tja, Jerry, mir gefällt deine Visage nicht. Also werde ich mich mit dir mal ein bisschen genauer befassen. Ohne sich darum zu scheren, ob es ihr erlaubt war, prüfte sie seine Finanzen, ohne dass sie dabei irgendetwas Auffälliges fand. Also gab sie auf der Suche nach versteckten Konten mehrere Varianten seines Namens, sein Geburtsdatum, seine Adresse, die Anschrift seines Reviers sowie die Nummer seines Dienstausweises ein. Während sie noch bei der Arbeit war, kam Peabody zurück. Wussten sie schon, dass sie frische Paella haben? Sogar mit echtem Schellfisch. Ich hab noch nie Paella in der Mittagspause gegessen. Ich hab noch nie Paella in der Mittagspause gegessen. Ich hab noch nie Paella in der Mittagspause gegessen. Bis zum nächsten Mal.